Ne, ne, noch nicht, noch nicht, warte, warte. Erstmal die Startszene. Okay, ich geh auch direkt in die Hardcast-Startszene rein. Bin in der Startszene. Ja, warte, dann muss ich dich heute mal wieder ein bisschen lauter machen, warum auch immer. Ach so, bin ich, okay. Ich hab nix verstellen. Und jetzt starte ich meine Aufnahme. Drei, zwei, eins. Yeah! Und so startet eine neue Folge Hardcast. Wollen wir sofort in die Main-Szene gehen, als ob nichts passiert wäre? Ja, genau, lass uns reindiven, damit wir nicht weiter Zeit klauen von unserem kostbaren Gesprächszeitstoff-Ding. Ich switche um in jetzt. Hi, was geht? Hallo, mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Nachfrage. Geht es Ihnen auch sehr gut nach dem vielen Autorennen, das Sie gefahren sind? Ich bin heute gar kein Autorennen gefahren. Heute nicht, aber seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben, garantiert. Ich war sehr durchwachsen. Ich habe mehr Zeit, glaube ich, in der Küche verbracht. Auch schön. Ja, und habe Sport gemacht, Tischtennis gespielt und so Dinge halt. Ich bin ja jetzt Lifestyle-Influencer geworden. Ja, ja, klar. Auch so mit Fleisch habe ich gesehen. Was? Achso, ja, auch, aber weniger als vorher. Fast gar nicht mehr. Also, immer mal, aber jetzt nicht übertrieben. Ich glaube, letzten Monat habe ich dreimal Fleisch essen. Krass, da bin ich noch nicht. Ich hatte, also, man kann jetzt nicht sagen, Rückfall wäre Schwachsinn, weil ich habe halt ganz normal und bewusst Fleisch gegessen, so, ne? Aber auch so, weil es sich angeboten hat. Ich habe gestern, vorgestern habe ich bei so einem, kann man sowas wie, also wenn ich sage, hallo frisch, dann weißt du ja, wen ich meine, ne? Ja. Da hatte ich so ein vegetarisches Perlen-Couscous mit Schafskäse. Scheiße, das war lecker. Ich hätte das vor ein paar Jahren, hätte ich das alleine nicht gegessen, weil Schafskäse so, ne? Aber meine Fresse. Die einzelnen Komponenten daraus, ne? Couscous mag ich, mochte ich schon immer. Honig-Senf-Dressing geht gar nicht bei mir eigentlich. Gurken, ah ja gut, wenn es nicht anders geht. Schafskäse, aber das in Kombination. Meine Fresse, das war super lecker. Das koche ich nach. Hast du, hast du jetzt, hallo frisch, bist du gerade, hast du, oder wie? Ne, ja, ich hatte welche, jetzt kommen noch mal ein paar, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Also, das ist nicht, das ist kein Sponsoring oder so. Also, es gibt ein paar Streamer, die haben ja hallo frisch Sponsoring, ne? Also, ich weiß, bei hallo frisch könnte man jetzt wahrscheinlich die ganze Folge sprechen und Vor- und Nachteile, Verpackungen, frisch, dies, das. Bla, 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 bla. Ich hatte mit hallo frisch letztes Jahr zu tun im Sinne von, ich habe mal ein paar Pakete bekommen über einen Kontakt und das hat auch, das hat gut funktioniert, ne? Also, auch bei mir, es war einmal was das, was fehlte und so und einmal war ein bisschen was angematscht, aber ansonsten einfache Abwicklung, ne? Easy. Du bist, äh, du bist sehr skeptisch, ich sehe das schon. Mhm. Ja. Ja, ich bin da ein bisschen skeptischer. Ähm, es geht da mehr so um die Artikel, die da so drin sind, dass, äh, ich habe das mal ein bisschen versucht auszuleuchten, um da mal hinter zu gucken und, äh, stellte sich raus, dass da halt auch Sachen vom Vortag drin sind und so. Also, aber ich habe jetzt nicht kategorisch was dagegen. Für mich sind einfach, ähm, gewisse Dinge sind sehr abgegriffen und, äh, im Twitch-Universum ist einiges sehr abgegriffen, was Nahrungsmittel angeht und, äh, äh, das ist halt, wenn, wenn in deiner Bubble ungefähr gefühlt, äh, sag ich mal, zehn Leute angekaut haben, dann ist halt, irgendwann verliert das so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, dieses Produkt. Also, für mich persönlich, für andere Leute nicht. Also, ich will da gar nicht in Frage stellen, dass das schlecht ist. Für mich ist das einfach nur zu viel. Und dann zieht das bei mir halt auch einfach nicht mehr. Wenn der fünfte sein weißer Geier für eine Gewürzmischung, dann, ja, okay. Hab verstanden. Also, gefühlt hat halt jeder, hat jetzt angekraut. Ja, einmal. Das ist korrekt. Ja. Und ich bin einer von ihnen. Und ich war einer von ganz vielen, die ganz am Anfang mit dabei waren. Wie gesagt, das ist für mich vollkommen legitim. Und, äh, wie gesagt, ich möchte auch gar nicht die Produkte oder deren, deren Gewürzmischung da in Frage stellen, dass das qualitativ nicht hochwertig ist. Für mich ist es halt einfach in der Außendarstellung abgegriffen, so ein bisschen. Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja. Genau. Und bei HelloFresh ist es halt so, ja, ist halt, ja, oh nein. Ja, aber, aber bleib mal kurz beim Thema. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht, also klar, was ich ja raushöre ist, für dich wäre es cooler, wenn du, sag ich mal, mit einer Firma zu tun hast, die alle kennen, aber du bist der Erste, der mit dabei ist oder einer der Ersten, der mit dabei ist und dann wäre es für dich also cooler, wenn, wenn die Firmen halt eben nicht so auf Masse, also Quantität der Streamer setzen würden, sondern würden sich vielleicht nur so Cherrypicking-mäßig so Einzelne raussuchen und dann dabei bleiben? Das wäre glaubwürdiger? Ja, was heißt glaubwürdiger? Also ich will nicht sagen, dass es unglaubwürdig ist, es ist einfach zu viel. Man ist halt übersättigt. Und ich glaube, das schafft einfach eine Übersättigung der Zuschauerschaft, sag ich mal, oder des potenziellen Kundenkreises. Das meine ich damit. Man ist, glaube ich, irgendwann einfach übersättigt. Man, das stimmt, aber jetzt, also wenn ich das aus der, also ich will das nicht verteidigen, aber, oder irgendwie schönreden, aber wenn ich das mir aus der Sicht des Unternehmens angucke, die wollen natürlich verkaufen. Und wenn du jetzt als Streamer auf deiner Plattform unterwegs bist und dir ein bisschen anschaust, wer hat denn das überhaupt, ach guck, der, die das hat das auch schon wieder und da auch, da auch, da auch, dann fällt dir das auf, weil du dich viel auf der Plattform rumtreibst. Aber der Zuschauer, der vielleicht nicht so viele Streamer im Blick hat wie du, naja, den will man ja einfangen. Den will man ja sagen, hey, so, hey, unter meinem Stream findet ihr einen Banner mit einem Code und wenn ihr ab x Euro bestellt, dann nehmt auch eins oben drauf. Meinst du etwa dein unter dem Stream? Das könnte sein. Wie gesagt, ich bin, ich bin kategorisch überhaupt nicht, äh, dagegen, ich, ich persönlich sehe das halt immer nur aus meiner Warte und ich glaube, da sind noch ein, zwei, drei Leute, die das ähnlich sehen, ähm, die, glaube ich, einfach übersättigt sind. Was ist mit Elgato? Elgato ist halt auch viel. Sehr viel. Sehr, sehr viel. Ja. Ich glaube, Elgato geht auch sehr inflationär mit seiner Ware um. Was das angeht. Und da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, also ich bin ja auch mit Elgato verpartnert und ich mag deren Produkte, größtenteils. Das ist aber auch schon viel. Also gerade zu, zu Release-Tagen, aber das kann bei mir halt auch einfach daran liegen, dass ich, äh, selber ja, äh, der ganzen Geschichte folge und das verfolge, das ist schon ne Menge. Also bei Elgato war es super krass, als sie die Facecam released haben, wie viele Leute diese Kamera gestellt bekommen haben. Da stellst du dir die Frage, gibt's überhaupt noch Streamer, die die Kamera kaufen? Weil, 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 also bei mir war das, bei mir war das so, von einmal, von einem anderen Tag war ganz YouTube voll mit der Facecam. Gefühlt mindestens 70 Prozent meiner, meiner Streamer-Bubble, äh, ab einer bestimmten Größenordnung versteht sich, ähm, hat, hatte diese Kamera quasi gestellt bekommen. Also, und dann ging es die nächsten Tage so weiter, ne? Schon echt heftig. Ne, aber ich, ich verstehe das Argument mit dem Überfluten, absolut. Das ist, ähm, das ist, äh, ich verstehe auch speziell, sagen wir mal, bei einer Gewürzmischung oder bei einem, sagen wir mal, jetzt jeder würde so, äh, ein Premium-Fleisch bewerben. Oder HelloFresh oder, ist ja auch scheißegal was, ne? Dann würde das ja irgendwie so ein bisschen an, in Anführungszeichen, die Qualität der Bewerbung rausnehmen, wenn jetzt auf einmal jeder das machen würde, obwohl man genau weiß, der bestellt sich fünfmal in der Woche was zu essen und mit Kochen hat der nicht wirklich viel am Hut. Aber da die Person groß genug ist, macht der Channel halt ein paar Sales und der Werbetreibende ist zufrieden. Ja. Egal, um welches Produkt das jetzt dann geht, ne? Und ich glaube, Elgato geht's in erster Linie darum, sich halt fett zu machen. Ja. Und, und in allen Bereichen einfach alles zu blockieren und keinen da reinzulassen. Ja, ja. Wie, also, ich, ich verstehe schon, äh, ich verstehe schon den, äh, Gedankengang dahinter. Äh, wie gesagt, ich sehe das für mich immer. Ich versuche immer, einen Zuschauer oder das aus meiner Zuschauerperspektive zu sehen. Ja, wie gesagt, das mindert überhaupt nicht die Qualität ihrer Produkte. Bei mir hat es nur mittlerweile echt so eine Anti-Wirkung, dass ich denen sage, ja, sorry, ey, probiere ich nicht aus. Ist mir einfach too much. Also, wenn du im Baumarkt, äh, Ankerkrautstand siehst und dann machst du deinen Twitter auf und ICDent hat sich, äh, ein Rührei-Gewürz gemacht und dann kommt Jim um die Ecke und stellt auch mal so einmal in der Woche so ein Ding da hin und dann Instagram auch noch. Dann denkst du so, ja, ich hab's doch jetzt verstanden. Also, ich finde, ich finde speziell, Ankerkraut hat echt Vollgas gegeben. Du kommst den kaum noch an dem Laden vorbei, ohne dass da ein Aufsteller steht. Ja. Ja. Aber, aber die sind, ich meine, wenn man sich dann zurück überlegt, das ist ein Unternehmen, die waren bei Höhle der Löwen. Und dann danach, also, ein Kollege von mir hat mir zu einem Geburtstag mal so ein Dreier-Set geschenkt. Das ist schon ewig her, das ist Jahre her. Mhm. So, und, äh, da bin ich das allererste Mal mit, äh, mit Ankerkraut sozusagen in Kontakt gekommen. Und vorher hab ich mir gesagt, ach, das sind doch eher die, die da hier bei die Höhle der Löwen da mit dabei waren, ne? Mhm. Ja. Naja. Es ist halt auch immer so, also, ich hab auch mittlerweile so eine ganz schwierige Einstellung zu, äh, zu Rabattcodes. Ja, ich habe selber auch einen, das auch bisher weiß ich nicht, I don't know. Über den man auch vielleicht zufällig billiger an, äh, Elgato-Produkt rankommen kann. Ja, genau. Das ist halt so. Das hab ich bei mir geteilt, als sie das, als, äh, also wir haben das bei uns in der Community besprochen und ich hab versucht, das bei Twitter zu posten. Ich hab mich dreimal verschrieben, ich hab dreimal den Tweet neu gemacht, ich hab ihn dreimal gelöscht und hab ich gedacht, scheiß drauf, ich teile da diesen scheiß Rabattcode mit Dizzy10, Dizzy20. Ja. Egal. Hast du meinen Rabattcode gesichst? Ja, weil, pass auf, hier, der Arm, der Mikroarm, oder auch die Facecam, und speziell der Arm, der kostet neu bei Amazon 100 Euro, richtig? Keine Ahnung. Genau, und wie, wie viel Rabatt gibt's über die, über deine, über deinen, über deinen, 15 Prozent über deinen, ähm, äh, Corsair ist das, ne? Über der, über deren Dingens. Ja, natürlich haben wir das innerhalb der Community geteilt. Danke. Das macht doch Sinn. Ja, nein, das ist, das macht doch Sinn, dass man jemandem aus der Community sagt, okay, du willst das Produkt kaufen, nimm meinen Amazon-Link, dann verdiene ich 1,50 da dran, oder du sparst ein bisschen Geld. 15 Prozent sind 15 Prozent, ich glaub, das war 11 Euro günstiger, oder 11,50 Euro, irgendwie sowas, wenn man dreht, das macht doch viel mehr Sinn. Ja, ja, also, ja, danke, es ist gut, dass es da ist. Also, man ist, glaub ich, einfach bei der Sache so ein bisschen, ich sag's mal, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr so Level-Up geschädigt? Also, da kam das ja gerade raus, so im großen Stil, so mit Rabatzcodes und was das so ausmacht, und wenn man da ein bisschen aufgeweckter ist, und ich sag's mal, ich bin da ja ein bisschen aufgeweckter, dann hat das immer so ein bisschen ein Bauchgefühl, also so, pff, feels weird, man, irgendwie. Also, ja, ich bin da vielleicht für mich einfach so ein bisschen eigen, möchte ich sagen. Ja, es hat auf jeden Fall ein Geschmäckle, das stimmt schon. Ja, also, ja, so geht's mir da, mir da in die Richtung. Ich tue mich ja auch immer ein bisschen schwer, mit das dann so zu sagen, um ehrlich zu sein. Ich mein, so Affiliate ist alles, alles ganz cool, aber ich sag mal, ich bin ganz ehrlich, ich glaub, bei mir braucht Anker Kraut gar nicht Fragen. Also, selbst, ich koch ja nur wirklich sehr, bei mir brauchen die, glaub ich, nicht Anfragen. Also, da müssen die schon richtig Patte hinlegen, dass da, dass da was passiert. Herr Dissington, wir bieten Ihnen sehr viel Geld plus zwei. Sehr viel Geld plus zwei, na mal zwei, sehr viel Geld mal zwei, dann können wir danach schon wieder drüber reden. Nee, aber auch das nicht. Ich glaube auch das nicht. Also, ich habe, äh, ich hab da so ein bisschen meine, meine Grenzen. Und ich schlage auch Geld aus. Ich, ähm, ich schlage Promos aus, ähm, auch wenn die vielleicht lukrativ sind, aber wenn, wenn, wenn etwas, also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, also wenn ich jetzt kein Anker Kraut, ähm, Partner wäre, äh, und es würde jetzt ankommen, äh, also es würde sich anbahnen, dann würde ich das aber mitnehmen. Also, das, 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 das finde ich, aber, ähm, ich habe natürlich auch diverse Sachen, da hatten wir schon noch drüber gesprochen, ne, kein Alkohol, kein, kein, kein nichts, was mit irgendwie mit, mit, mit Glücksspiel oder sowas zu tun hat. Das würde ich auch niemals bewerben. Und jetzt könnte wieder jemand sagen, ja, aber du hast doch letztens noch so ein, so ein, äh, so ein, so ein, so ein, so ein Drink in so einer Dose promotet und die haben aber in ihrem Shop doch auch alkoholische Getränke. Und ja, das stimmt, aber die zeige ich hier nicht und die promote ich auch in keinster Weise. Und das ist eh schwierig, weil dann darfst du ja auch kein Oettinger, ähm, Limo trinken, weil die produzieren halt auch Bier so, ne, das ist halt dann auch so mit zweierlei Maß gemessen. Ja, das... Ich verrenne mich da gerade. Das ist nicht schlimm. Also, ich glaube, das ist auch mal interessant. Also, ich meine, der, wir schließen ja, wir schlagen ja gleich den Bogen zum eigentlichen Thema. Wir schlagen ihn ja gleich. Es wird heiß. Es wird heißer, es wird heißer. Es grillt schon quasi förmlich. Ähm, ich hatte mal mit einem, ich hatte mal mit einem, äh, Energy, äh, Hersteller, dessen Namen wir hier nicht nennen, aber der sehr, sehr grün war, gesprochen. Und, äh, ich bin da, äh, eigentlich nicht so, also ich möchte sowas eigentlich gar nicht promoten. Das hat aber sehr, 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 sehr viele Vorteile mit sich gebracht. Und, äh, also Vorteile nicht im finanziellen Sinne, sondern man hätte gewisse Dinge im IRL besuchen können mit Stream etc. pp. Und, äh, boah, das ist super schwierig mittlerweile sowas echt abzuwägen, ob das, äh, passt oder nicht. Also, ich hatte zum Beispiel für dieses Wochenende, wo ich ein 24-Stunden-Rennen fahre, ein sehr gutes Angebot, äh, bekommen für dabei sein. Und ich hätte in meinem eigenen Rennen nicht da sein müssen, äh, um da teilzunehmen. Ich habe es dann abgelehnt, weil es halt mein eigenes Rennen ist. Aber da geht mir auch gut was, äh, gut was flöten. Äh, und das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat, weil die Landschaft sehr wild ist. Ich habe dich indirekt und auch mal direkt schon öfter so als, ähm, Referenz in solchen Bereichen genommen. Weil es ist natürlich in einer Größenung, in der du dich befindest, super einfach, da sowas auch dann zu predigen. Ich meine jetzt nicht speziell dich im Allgemeinen damit, aber, ähm, also dich im Speziellen damit, sondern im Allgemeinen. Aber wenn du, ähm, sagen wir mal, du möchtest, äh, selbstständig streamen, das funktioniert auch mit deinen ganzen Zahlen. Und dann kommen solche Jobs rein, von denen du halt irgendwie denkst, naja, es ist jetzt, also, das tut jetzt keinem weh, wenn man jetzt einen Energydrink, äh, bewirbt, weil den sowieso schon jeder kennt und jeder, jeder, jeder irgendwie trinkt und, na, bla. Das tut jetzt keinem weh und du verdienst noch richtig Kohle damit. Dann ist es für dich, als jemand, der sehr groß ist und damit ordentlich Kohle verdient mit deinem, mit deinem, mit deinem Streaming, ähm, ist es super einfach, das abzulehnen. Und das ist natürlich dann auch super gut, das dann so, in Anführungszeichen, zu kommunizieren, der, der Ausnimmel gegenüber und zu sagen, so, ja, ja, pass auf, ich möchte das nicht machen, weil das ist mein Rennen jetzt in deinem Fall, ne, und ich brauche das nicht und wäre zwar schon geil, aber, ne, dann ist die Außenwirkung ja auch eine ganz andere, als wenn man hingeht und sagt, so, hey, die haben mir das angeboten, aber ich bin jetzt leider nicht dabei bei meinem eigenen Rennen, aber dafür machen wir das und das und ich verdiene Kohle damit. Am Ende musst du nur selber gut schlafen können damit, ne. Naja, das, das Problem, was heißt das Problem? Ähm, äh, es ist A mein Rennen und B sind für das Rennen halt noch ein, zwei andere Firmen da, die sich, äh, quasi gemeldet haben, um gemeinsam was zu machen. Also, ich meine, man kann, also, man kann natürlich, äh, noch mehr Cash in die Tasche stecken, aber man kann auch einfach mal sagen, ey, okay, wir übertreiben's nicht. Wir machen's dann vielleicht eine Woche später oder irgendwann anders. Und ich meine, äh, was heißt Größe? Ich meine, Geld stinkt nicht, sind wir mal ganz ehrlich, aber es muss halt irgendwie noch ein bisschen so seine Grenzen haben. Und... Ja, das sowieso, das sowieso. Sein eigenes Rennen wegzulegen für zwei Stunden, äh, naja, ich glaube, man verrät dann seine eigene, sein eigenes Ding so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst, dass, dass, ich will jetzt auch gar nicht sagen, man sollte, man sollte die ganze Kohle alles mitnehmen, was irgendwie geht, nur damit man irgendwie Kohle eingesackt hat. Das, das funktioniert dann auch nicht lange. Weißt du, wenn du dich gegen, gegen deinem eigenen, also für das, was du stehst und was du, was du für, für dich und für, für deine Community ausmachst, wenn du das dann nur noch verkaufst und nur noch Sellout machst, wie lange geht das gut, weißt du? Das nimmt man dir einmal ab, das nimmt man dir ein zweites Mal ab, aber dann irgendwann, ne, fängt das mit dem Abwandern dann bestimmt auch an. Also, würde ich denken. Ich weiß das natürlich nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei mir wandern regelmäßig Leute ab. Ja, das ist, glaube ich, normaler, ganz normal. Ja, das ist der ganz normale Move, dass, egal ob man im, also wenn du jetzt als Content Creator aktiv bist, es ist ganz normal, dass permanent Leute quasi wegfallen, aufhören, dich zu schauen, dich zu supporten oder was auch immer. Und genau so kommen wir dann auch wieder neu dazu. Au, 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 au. Maga, ganz ehrlich, ich muss mein Management fragen, ob die G-Rollsteiner anstürzen kriegen. Und wenn die uns nur jeden Monat in der LKW-Ladung G-Rollsteiner hinstellen. Wenn sich meine Nachbarn freuen. Ja. G-Rollsteiner, es ist ein sehr leckeres Wasser. Und dann hast du aber auch die Soda-Stream-Menschen in deinem Chat, die dann sofort sagen, so, du schleppst noch Kisten, was soll denn das? Ja, kann ich dir sagen, was du in deinem Wasser nicht hast, ist Hydrogenkarbonat und davon 1816 Milligramm. Das hat dein Leitungswasser nämlich nicht. Ja, aber kann man das nicht mit Supplementen hinzufügen? Nee, ich glaub nicht. Aber es ist auch Schnuppe, soll jeder saufen, was er will. So, aber kommen wir mal zurück zu dieser heißen Geschichte, von der wir gerade gesprochen haben. Wie geil wär das, wenn wir jetzt so ein kleines Tischchen ranziehen würden, weißt du, und jeder würde so, ja, und bei mir gibt's gleich. Ich hab heute in der Tat schon gemacht. On-Stream. Geil. Geil. Ich hab heute Burger gebaut. Geil, gibt's Bilder? Äh, nee, aber ich schick dir nachher eins, weil ich hab's nur im Stream gemacht und ich hab kein Bild gemacht. Aber, ich hab Riochebrötchen selber gebacken. Geil. Geil. Hör mir weiter zu. Ich habe, äh, Black Angus Rib Eye gehabt. Ein Kilo. 84 Franken. Und hab das selber mit Stay heute gewolft. Maga? Maga? Ich werde nie wieder in irgendeiner Burgerbude einen Burger essen. Nie wieder. Kannst du vergessen. Nope. Also. Also es hat geschmeckt. Das war sehr gut. Ich hab, also ich hab heute, ich hab schon lange nicht mehr so viel gegessen wie heute. Ich hab drei so eine Apparate gegessen heute. Alter, das war ein Kilo Fleisch auf zwei Mann. Also jeder 500 Gramm im Kopf geknallt. Krass. Ja. Ich hab mich schon lange nicht mehr so fett gefühlt wie heute. Ich hab mich wirklich schon lange nicht mehr so viel, äh, so fett gefühlt wie heute. Oh. Oh, das war so gut. Oh. So, du als alter, du als alter Küchenmensch. Ich brauch, das Ding ist halt, ich brauch dich heute, äh, ich brauch dich heute, Alex, weil Leute denken immer, äh, ich bin bescheuert, weil ich von dem Ding so schwer mach. Ja. Gib's mir hart rein. Du hast auch einen Opti-Grill. Ich hab auch einen Opti-Grill. Äh, soll ich eben kurz erzählen? Ja, ne? Ja, klar. Also es gab da diesen Streamer, nennen wir ihn Jeff, der mittlerweile wirklich Jeff heißt. Vielleicht kennst du ihn. Ja. Der ging mir monatelang, vielleicht sogar über ein Jahr lang, auf den Sack von wegen, so, ah, guck mal hier, Opti-Grill, ich hab schon wieder Hähnchenbrust gemacht, ich hab schon wieder ein Fleischstück gemacht, ich hab schon wieder Burger gemacht, ich hab schon wieder dies gemacht, ich hab schon wieder Gemüse angebraten, voll geil, voll geil, voll geil. Und es ging mir so unendlich auf die Eier, so unendlich so. Das ist so, ja, klar, du mit deinem Küchengerät, geh mir, hau ab, ich will davon nichts wissen, verpiss dich. Wirklich. Und dann siehst du bei Instagram, bei Twitter andauernd, wie er dann diese Scheiße postet, ne? Oh, Bots, gibt's wieder lecker, Hähnchen, Digga, bla, 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 bla. Und ich sag, ja, come on, ne? Dann wird das halt das nächste Ding, was ich mir kaufe und nach zwei Monaten steht's in der Küche und nach drei Monaten räumt man's weg und nach sechs Monaten packt man's nochmal an und ist okay, mach ich jetzt. Und dann hab ich mir die schwarze Version, also die Plus-Version von dem Optikgrill bestellt, das ist nicht die ganz kleine. Ich bin so weidisch. Der hat nämlich ein paar Programme mehr, aber ich hab den eigentlich primär wegen der Farbe gekauft. Ich wollte nämlich nicht dieses silberne Ding haben, das fand ich nämlich nicht ganz so schön. Und zu dem Zeitpunkt gab es die kleine Version, also den Standard, den gibt's relativ häufig bei diversen Läden für 70, 80 Euro, so unter 80 manchmal. Dann gibt es die Plus-Version, da gibt's auch verschiedene. Dann gibt's eine XL-Version, da muss man aufpassen, weil die Zubehörteile, die sind dann nicht untereinander kompatibel. Also der große hat natürlich eine etwas größere Aufsatzfläche. Mittlerweile gibt's auch noch eine Deluxe-Version, der ist aber eher so eine abgespeckte Light-Version. Es gibt einen Optikgrill Elite, der zeigt dir sogar an, wie lange er in einem Programm drin bleibt. Das machen die Kleineren ja nicht. Und den hätte ich auch gerne, aber ich werde mir jetzt auf gar keinen Fall einen neuen Optikgrill kaufen, solange meiner noch geht. Und wenn meiner noch kaputt ist, dann kann man ja versuchen, den zu reparieren. So wie mein Staubsauger versucht wird, zu reparieren. Und dann hab ich mir den gekauft. Und ich dachte so, das kann jetzt, also, ja, was soll mich da schon erwarten? Und ich schmeiß ein Stück Fleisch drauf und ich hatte mir sofort zwei, drei Stücke gekauft. Und ich mach den so zu und dann zeigte der dann quasi mit dieser Lampe, mit diesem Licht an, in der Standard-Version, wie weit das Stück Fleisch so ist. Und der misst anscheinend, aufgrund der, wie weit das geschlossen wird, wie dick das Stück Fleisch ist und berechnet, oder beziehungsweise hat da dann eine Formel hinterlegt, so von wegen, okay, das Fleisch ist so dick. Wenn das jetzt so und so lange draufliegt, dann ist es jetzt Medium durch, oder es ist ganz durch, oder Schuhsohle. Und das erste Stück Fleisch, ich esse das so und ich denke so, krass, es ist wirklich Medium. Es ist wirklich so, wie ich es gerne hätte. Außer, dass von außen nicht so richtig schön angebraten ist. Das kriegt der Optikgrill nicht hin, die kleinste Version. Dann packe ich das nächste Stück Fleisch drauf. Ich denke so, okay, alles klar, Hähnchen. Ein Hähnchenfleischprogramm, gewartet, bis die Temperatur gepasst hat, dauert nicht lange, draufgeschmissen, gemacht, und du denkst dir so, Hähnchenfleisch auf so einem Kontaktgrill, das kann doch nur trocken werden. Hähnchenfleisch ist fertig, Hähnchen lässt man ein bisschen länger draufliegen, weil das soll auf jeden Fall durch sein. Ich schneide es auf, es bleibt saftig. Ich denke so, okay, auch hier wieder draußen keine schöne Kruste, das kann der Optikgrill halt nicht so schön. Alles klar. Ein paar Tage später mache ich einen Burger, ich mache meinen Patty, ich schmeiße das Ding da drauf, und ich denke so, wo bleibt die scheiß Schweinerei? Das Patty ist schön durch, es ist nicht so geil angegrillt wie auf einem Grill, der auf Flamme arbeitet, verstehe ich. Manche Leute stehen da drauf, ich brauche das nicht. Wer das haben will, der ist beim Optikgrill einfach nicht gut aufgehoben. Ja. Ja, okay. Und die Dinger, du bist fertig, und du packst es halt in die fucking Spülmaschine. Oder du hast, ich habe mir so eine Borstenbürste gekauft, so einen Rundkopf, und dann kannst du halt das Ding einfach mal eben sauber machen, so und auch unter Wasser und mit Spülmittel und so weiter. Super. Also bei mir, also das ist das einzige Küchengerät, das ich die letzten Jahre gekauft habe, das nicht irgendwie in der Versenkung verschwindet. In meinem Stream taucht der Optikgrill gerade nicht so oft auf, und du kannst ein Stück Fleisch viel besser zubereiten in der Pfanne und Bratenthermometer rein und dann später nochmal in einem Herd irgendwie gar ziehen oder wie auch immer du das machen möchtest. Du kriegst diese Kruste nicht so geil hin mit dem Optikgrill, und das wird besser, keine Frage. Aber für unbeaufsichtigt ein Stück Fleisch mal eben da drauf ballern, ohne Großspieler, Fettspritzer, ist das Ding toll. Und mal eben Burger machen, fünf Stück, ein Stück, egal, mal eben kurz da drauflegen, keine Schweinerei, wenig Zeug wegzumachen. Ich bin dabei. Und ich bereite damit eigentlich nur, ich habe Fleisch gemacht, Fisch gemacht, wir haben zwei, dreimal so ein paar vegetarische Sachen gemacht, aber für mich ist das mehr so ein Fleisch-Fisch-Ding, so in der Richtung Geflügel auch kein Problem. Super. So, und ich sehe es gerade schon in meinem Chat, der Elite hat eine Boost-Funktion. Ja, das stimmt. Ich habe die Boost-Funktion in ein paar Videos gesehen, und das macht schon ein bisschen was, aber eben nicht so viel wie auf einem Grill mal eben kurz so eine richtige Kruste da dran machen. Und ja, ich bin ein bisschen neidisch auf den Elite, aber wie gesagt, ich werde jetzt kein Upgrade machen. Oder ich verschenke meinen nochmal innerhalb der Familie und kaufe mir dann vielleicht noch einen Elite. Also bei mir ist das jetzt, wenn ich kurz meine Geschichte diesbezüglich erzählen darf. Optikgrill Elite. Geschichte. Äh, nee, nee, ich habe keine Elite. Nee, nee. Also ich habe ja, für mich war das immer so ein weiterer Sandwich-Maker. So habe ich den immer gesehen früher. Danke, danke, ja. Ach komm, fuck, das ist doch einfach nur so ein scheißübelst teurer Sandwich-Maker. Und dann habe ich ja mit dem Frühstück-Stream angefangen, mit Stay sonntags immer, und der hat dann irgendwann mal so ein Ding mitgebracht, seinen quasi. Und wir haben ja gemeinsam dann durch das, wir hatten ein Premium-Fleisch-Ersteller-Placement und haben dann Fleisch auf dem Ding gegrillt. Ich bin wirklich aus allen fucking Wolken gefallen. Ich habe in meinem Leben noch nie so ein Fleisch gegessen. Also weil ich bin, ich war früher oder bin auch nicht so der Typ, der irgendwo ein Rum-Steak gekauft hat für 50 Euro ohne Beilagen. Weil das war damals nicht mein Mindset so. Und wir haben dann auf dem Grill vielerlei Arten Fleisch gemacht, ohne Salz, ohne Pfeffer, ohne alles, einfach da reingelegt und das gegrillt. Und ich war wirklich so begeistert von dem Ding, weil das so lecker war, dass ich jetzt die Opti-Grill-Joink-Edition habe. Das ist jetzt nämlich mein Grill, nicht mehr Stay seiner. Ich habe ihn denn gejoinkt. Also der steht hier und ich benutze ihn auch immer noch. Ich habe dafür nichts gezahlt. Der ist einfach hier und wird auch nicht abgeholt. Deswegen die Joink-Edition. Ey, das Ding wirklich ohne Scheiß. Also wenn das fünfmal die Woche an ist, dann ist das noch untertrieben. Wirklich. Also ich esse ja wirklich nicht mal großartig Fleisch. Aber also selbst vegane Patties, vegane Würstchen, Würstchen an sich, Wraps, Sandwiches, selbst Toasties. Ich mache zum Frühstück Toasties in dem Ding und lege da Salatmozzarella rauf, ein bisschen Kräuterquark, klappe das Ding zu und schiebe mir das in die Schnauze rein. Und das ist einfach ein so schönes Gerät, was dir Sachen abnimmt. Also ich möchte extra nochmal sagen, ich kann jeden verstehen, der auf dem Grill mit Thermometer und in der Pfanne dies, das, ananas rumfuchtelt. Aber ich feiere das nicht. Also ich feiere nicht in der Pfanne, mir ein Patty zu machen. Feiere ich gar nicht. Finde ich richtig scheiße. Gebe mir auch auf den Sack. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich mache das Ding an, drücke da drauf, der macht Piep, ich klappe das auf, leg das da rein, mach zu, dann piept der mich zweimal an und dann ist das fertig. Und wegen der Kruste, also ich habe jetzt einen OptiGrill Plus, der kann das schon ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihn sehr gerne haben wollen, den Elite, und wegen den mehreren Programmen, weil das ist auch für Gemüse einfach noch ein bisschen besser. Problem ist einfach nur, geht gerade nicht, weil ich habe mir noch ein anderes Küchengerät gekauft, das war nicht so günstig. Aber ich werde mir, gehe ich ganz stark davon aus, auch noch einen holen, wenn finanziell erstmal wieder alles ein bisschen besser aufgestellt ist und dann werde ich meinen einfach in der Community verlosen, weil ich weiß, es braucht, irgendeiner braucht dieses Gerät und ich werde es noch da hinschauen. Moment, 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 Moment. Du wirst den OptiGrill, der eigentlich nicht deiner ist und nicht abgeholt wurde, verlosen? Ja. Natürlich, so die Joink-Edition. Es ist halt die Joink-Edition. Nee, jetzt mal, jetzt mal Butterbeide Fische, der wurde mir halt auch vermacht. Also ich darf ihn behalten. Es wurde live auf dem Stream so gesagt, ich darf ihn behalten. Wir haben bloß einen Wien draus gebaut, dass ich ihn gejoinkt habe. Ich habe übrigens auch seit heute einen neuen Fleischwolf, by the way. Ich habe gar keinen Fleischwolf, da bist du, mir küchenmäßig ist das auf jeden Fall daraus. Und seit heute habe ich auch einen Fleischwolf-Yonk-Edition. Habe ich auch. Okay, warte, ich muss mir das eben kurz notieren. Keine Küchengeräte mit zu designieren. Ey, wow, ich bin da nie dran schuld, ohne Scheiß. Ich habe, ich sage, jedes Mal, nimm die Dinger wieder mit und die bleiben einfach hier stehen. Kann ich nichts dafür. Das ist genauso wie, ich habe auch ein neues Brotmesser. Also ich hatte nie so ein Brot-Sägemesser hier, die sind ja so ein bisschen griffelt. Ja, genau, hatte ich nie. Se hat eins mitgebracht, hat er hier gelassen. Heute wundert er sich, warum ich sein Messer habe. Hat er übrigens nicht wieder mitgenommen. Ich habe immer noch das Brotmesser. Ja, gut. Ich habe vor zwei, drei Jahren, nee, vor ein paar Jahren mal so einen Küchenblock quasi mal von jemandem aus der Community geschenkt bekommen, von der Marke, also die Marke heißt Dick und die Messer da drin sind nach wie vor super und da war auch so ein geiles Brotmesser, weil das benutze ich heute für alles. Damit habe ich sogar den, ich habe letztens einen Döner gemacht auf so einem kleinen, so einem kleinen Döner-Spießgrill und damit habe ich den jetzt geschnitten. Das ging nämlich sehr gut. Ich wollte mir jetzt nicht extra für so eine einmalige Aktion noch so ein langes Döner-Fleischmesser und so. Das wäre blöd. Aber hier, die OptiGrid Elite-Version, die hat ja neben weiteren Programmen, dies, das und so weiter, die zeigt halt, also unsere OptiGrid-Ausführung, die haben ja diesen roten Punkt, der leuchtet in einer bestimmten Farbe und wenn du dann von, okay, es ist noch rot zu, es ist jetzt quasi also sehr englisch, dann wechselt da so ein bisschen die Farbe und nachher bis hin zu rot, dann ist es halt komplett ready und bei einem Patty ist das für mich persönlich am leckersten. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ein Patty irgendwie noch so ein bisschen rosa ist. Na, geht nicht. Und der OptiGrid Elite, der wiederum zeigt dir, noch so ein Countdown an, wie lange du brauchst, um in die nächste Stage zu kommen. Und das ist interessant für alles außer einem Patty, also sprich Hähnchen, Fisch vor allen Dingen, damit du auch mal so eine Zeiteinheit hast, weil zum Beispiel Fisch wird und Hähnchen wird halt mit einer geringeren Temperatur angefahren und dafür über einen längeren Zeitraum und da willst du vielleicht ungefähr wissen, ja, macht es jetzt Sinn, jetzt schon noch was anderes zu machen oder halt auch nicht. Das würde mich mega reizen. Ja, und eben diese Boost-Funktion. Nachteil ist, der hat so ein Touchpad und da bin ich mir unsicher. Doch, das geht. Ja? Ja. Ich hab, wir haben, also ich guck das schon eine ganze Weile, ich reagiere auf einen, OptiGrid, OptiGrid heißt, ja. Ja, ihr auch, Benni. Benni, genau, ja. Wir gucken uns das auch regelmäßig an und ich denke, das ist ganz gut, ja. Ich hab mich immer ein bisschen lustig gemacht über Benni. Ja, mach du viel. Viel. Er hatte nämlich, er ist, er ist, er ist, er ist, er ist das falsche Wort, aber, also, oder ist die falsche Aussage, der, der hatte früher so ein, so, ich fand immer so ein super anstrengendes Intro mit so, mit so, mit so Kindergeschrei oder, oder Gequieke irgendwie so, ne. Das hat mich jedes Mal getriggert. Jedes Mal. Jedes Mal. Aber so die, die Rezepte und das, was er ausprobiert, finde ich toll. Fand ich damals auch gut. Ja, und dann machst du halt so Anmerkungen, ja, das würde ich jetzt hier anders machen, das würde ich hier so machen, wie so, als wenn du so ein Koch wärst, weißt du, so. Ne. Bisschen klug scheiße. Es, es fehlt einfach, äh, ah nein. Jetzt hab ich vergessen. Eine Zutat, Budderschmalz. Budderschmalz ist das, was jedes Mal fehlt. Wenn Benni, wenn Benni kein Budderschmalz nimmt, oder kein Bacon, dann ist es kein gutes Gericht. Wie kann man so viel Bacon essen? Es ist mir unerklärlich, wie dieser Mensch so viel Bacon essen kann. Ich schätze mal, er macht Bacon nur auf dem Opti-Grill und nur, wenn er ein Video macht. Alter, das ist so viel Bacon. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Ah, jetzt, ah, pass auf, äh, äh, der Opti-Griller, also wir hatten uns vorher schon Videos angeguckt, ne, und dann postet mir einer so einen Link in den Chat und so, hier, guck mal, der hat auch einen Cheeseburger von McDonald's oder, keine Ahnung, Burger, Burger, was, was auch, Big Mac, genau, ich hab, das ist das Big Mac-Ding. Und ich checke nicht, ich hab halt nicht gecheckt, dass es ein Meme-Video ist. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab erst so nach drei Vierteln gemerkt, dass es eine Verarsche ist. Hä, wieso? Ja, er hat doch, er hat doch so, ja, dann machen wir das so. Und ich hab, ich hab das die ganze Zeit kommentiert. Ich so, das kann man doch nicht so machen. Der macht das komplett falsch. Also, er macht in dem Video ja, ähm, äh, gibt er sich ja so gar keine Mühe und schrubbelt alles irgendwie so ein bisschen zusammen und am Ende holt er dann so einen echten Big Mac, also so einen normalen. Ach so, das hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich hab nur das Richtige gesehen. Ja, dann hab ich dir jetzt die Überraschung versaut. Ist egal. Ist auch schon ein sehr altes Video, das muss man nicht geguckt haben. Die Joink, der Joink-Grill ist die juristische Anbahnen von, ich wohne jetzt hier. Du, ich führe mit Stay ein offenes, offenes, äh, Verhältnis. Unsere Ehe ist sehr offen, wir sind verheiratet, äh, damit wir Steuern sparen und, äh, das ertragen wir auch nach außen. Grund. Ist das in eurem Kanton anerkannt? Ja, natürlich. Diese joinkische Beziehung? Die joinkische Beziehung ist super anerkannt, ja. Was meinst du, warum ich hier so wie Joinke? Was meinst du, warum du so viel Sport machst? Wie? Ach so, hallo? Sprichst du gerade auf unser Sex-Leber? Ja, ich weiß nicht, also, wenn man sich noch, also, ne, dann macht man ja viel Sport und im Laufe so einer längeren Beziehung hört das ja dann meistens auf, ne? Nee, dann ist es keine gute Beziehung. Gute Beziehung bumst man für immer very viel. Gut, ist egal, lass mir das. Du, ich hab mir aber auch noch eine Küchenmaschine gegönnt. My job. KitchenAid. Nee, keine KitchenAid. Ich hab mir, äh, äh, was anderes geholt. Thermomix. Nee, auch nicht. Ich hab mir so einen Kenwood Chef XL geholt. Und Maga, ich sag dir eins, ich backe einfach zu viel. Ich hab's von letzte Woche bis diese Woche, glaub ich, vier Kilo weggebacken. Vier Kilo Mehl. Ich habe so viel Brote gemacht, meine Nachbarn können Brote nicht mehr sehen. Und weißt du, was der Witz daran ist? Ich habe zwei Scheiben Brote gegessen. Zwei. Zwei Brote. Zwei Scheiben. Nicht mal alles davon weg. Ich hab jetzt übrigens auch gerade, ich hab gestern, äh, hab ich richtig reingeknallt, ich hab gestern erst mal, äh, zwölf, äh, zwölf, Burger-Dings gemacht hier, Burger-Buns. Mhm. Ähm, sag doch mal schnell. Brioche hab ich gemacht gestern. Mhm. Hab immer noch acht. Ne, sechs, Entschuldigung, sechs hab ich noch. Ah, verdammt, da musst du deinem Fleischwolf nur nochmal was zu futtern geben, oder? Hab kein Fleisch zu Hause. Und kauf auch kein Fleisch. Ah, scheiße. Hm. Meine Nachbarn grillen eh fünfmal die Woche, die werden die Brötchen schon essen. Ja, aber ich hab mir diese Maschine jetzt gekauft. Weißt du eigentlich, wie geil das ist? Also, ich betrachte das ja immer als, äh, würde ich mal nicht fähiger Hausmann, äh, betiteln. Also, Teigkneten ist ja für mich, äh, absoluter Clusterfuck. Hass ich wie die Pest. Ist für mich ein... Jetzt sag mir nicht, du magst Teigkneten. Okay, pass auf. Pizza-Teigkneten mache ich ultra gerne. Ich kann das eine halbe Stunde lang machen, dann wird der Teig wie so eine geile Knetmasse. Das mache ich super gerne. Bei Brotteig, der vielleicht auch noch ein bisschen klebrig ist, nee, das muss ich auch nicht selber machen. Das möchte ich, das soll gerne eine Maschine übernehmen. Nee, also, da muss ich ganz... Ich hab gestern Briochebrötchen geknetet, also, irgendwie haben Leute mir erzählt, das soll sich für mich wohl anfühlen. Ich soll mir das vorstellen, als wenn das Frauenbrüste sind irgendwie, aber ich fühl das gar nicht. Ich bin zu Frauenbrüsten ein bisschen... Zater? ...vorsichtiger. Ja. Ja gut, das kommt ja auch darauf an, mit welcher Frau du da jetzt unterwegs bist. Manche mögen das, also, weiß, keine Ahnung, kenne mich da nicht aus. Aber die Maschine, 500 Gramm Mehl rein, bisschen Trockenhefe. Übrigens, ja, ich hab noch mit Trockenhefe gearbeitet, Entschuldigung, also jetzt nicht bei Brioche, aber ich gelobe Besserung, es kommt dann weg. Und dann machst du, kippst du da einfach langsam Wasser rein und das Ding nudelt das durch und dann hast du einfach einen fertigen Teig und dann gehst du da ran und denkst so, geil, ich bin jetzt Bäcker. Geil. GZ? Ist geiles Feeling, muss ich sagen. Und eigenes Brot essen, also die zwei Schnittchen, die waren echt gut. Warum hast du denn nur zwei Schnitte Brot gegessen, wenn du so viel gebacken hast? Also es ging offensichtlich ums Ausprobieren und hey, mal schauen, was da rauskommt, aber wieso hast du nur zwei Stück Brot gegessen? Tja, Hat sich das so ergeben? Nee, das ist, also ich sag mal so, ich bin ja gerade auf dem Kurs, ganz schön viel Gewicht zu verlieren und ich werfe gerade Brot nicht in meinen Leib rein. Also ich hab jetzt, also ich mach mir jetzt demnächst Dinkel Vollkorn, weil ich glaube, das geht und das ist dann schon okay, aber ich musste erst mal durch die Testphase durch und ich hatte letzte Woche, also wirklich letzte Woche, letzte Woche war ich so spontan, dass ich nach dem Stream noch mal nach God Old Germany gefahren bin, was für mich ein gutes Stück ist und musste da noch einkaufen gehen und ich hab halt erst mal einen ganzen Wagen voll mit Mehl gehabt, Trockenhefe und allmöchen anderen Scheiß oder Serien umkochen und bin dann mit dem Wagen wieder rausgefahren, damit ich am nächsten Tag diese Maschine ausprobieren kann. Ja, und dann hab ich halt... Kurz eine ganz kleine Frage. Weil es das Zeug bei dir nicht gibt oder... Die Bude hatte zu. Öffnungszeiten. Bei mir in der Nähe. Und dann musste ich halt... Yes, I know. Kennste, Problem. Ich kenn das wie, lass uns einkaufen fahren. Heute ist Sonntag. Aber in den Niederlanden können wir jetzt Klamotten einkaufen fahren. Ja. Okay. Genau so was in die Richtung. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte dann ein Brot gebacken und hatte die Hälfte meiner Vermieterin gegeben. Und die hat dann... Den Tag danach hat sie mir gesagt, dass sie gerne nochmal zu einem lokalen Fleischer möchte. Und das wollte ich gerne ausprobieren, weil ich jetzt immer mehr versuche, von Höfen meine Sache zu beziehen. Also wirklich direkt so an der Quelle. Und dann hat sie gesagt, du, der Mager, der macht sehr, wirklich gutes, sehr, sehr gutes Fleisch. Vielleicht magst du das mal probieren. Ich will da morgen hin. Und ich so, na klar, bring mir mal ein Kilo Rinderfilet mit. Ich back dir auch ein Brötchen, ein Brot dafür. Und ich meinte das halt scherzhaft. Und sie sagte so, okay, guter Deal. Und dann habe ich halt ein Brot gebacken und habe das gegen Fleisch getauscht. Man muss dazu sagen, es war aber auch so ein Kaventsmann. Also ich habe so ein Brot gebacken. Und das war wirklich so ein Ding. Und deswegen habe ich auch nochmal ein bisschen mehr gebacken. Okay, eine Sekunde mal eben kurz. Ein Kilo Fleisch. Ist teurer, ich weiß. Ist froh das Kilo? Ja. Locker, mindestens? Du darfst aber an der Stelle nicht vergessen, manchmal ist ja, also Dizzy ist ja ein kleiner, aufgeweckter Junge und in seinem Kopf noch 14 Jahre alt und fährt ja immer noch sehr, sehr gerne Auto. Und manchmal, wenn meine Verbieterin am Wochenende mit uns am Feuer sitzt, also wir sitzen oft auch am Feuer und quatschen so ein bisschen, dann fragt sie mich so, du, Nils, also ich habe jetzt echt ganz viel geraucht und schon ungefähr fünf Schnäppes getrunken. Kannst du mal kurz, also musst du vielleicht noch tanken oder so? Und dann sage ich, na klar, ich fahre los. Und dann hole ich halt ab und an mal Zigaretten und fahre dann halt mitten in der Nacht nochmal tanken, weil, warum dann auch nicht? und ich gebe ihr das dann halt immer und dann sage ich so, ja, ist egal, brauchst du mir nicht geben. Und dann kommen halt solche Trades zustande. Okay. Ja. Okay. Also, ich fand den Trade super gut. Ja, klar, natürlich, hallo? Keine Frage. Ja, lokales Zeug kann super geil sein und kann so auf die Klappe fallen, aber ich hatte vor ein paar Jahren ja auch mal noch eine Bude, bei denen man, die leider zugemacht hat, bei denen man lokales, biologisch produziertes Fleisch bekommen hat, aber die gibt es leider nicht mehr. Es gibt hier noch andere, aber das waren halt für mich so die Besten. Naja, schade. Ja, okay, du hast dir also quasi eine Küchenmaschine gekauft. Ja. Wie heißt das Teil genau? Kenwood Chef XL. Und das macht was genau? Es ist so ein, wie eine KitchenAid. Ja, genau, so ein, genau, Rührgerät, ja. Du kannst ja auch Fleischwolf ranmachen, Mixer, kannst du ja alles ranbasteln, wenn du das möchtest. Du hast halt vieles in einem, ne? Das ist krass, ne? Wenn man jetzt, wenn du vor zehn Jahren, wenn du irgendwas gesagt hättest, du willst dir nochmal so eine Küchenmaschine holen und du machst, du backst dann Brot, hättest du gesagt, du hast da nicht mehr alle? Nee, also ich habe ja schon immer ein bisschen irgendwie die Affinität dafür gehabt, aber ich habe ja das nie irgendwie gemacht, weil ich nie so den Sinn dahinter gesehen habe. Also, wenn ich jetzt mal an meine Anfänge von der Streamerzeit denke, da hatten wir, habe ich Toastbrot und eine Packung Salami und dann habe ich Bestelldienste entdeckt und dann habe ich Geld gehabt und konnte damit scheinbar nicht umgehen und habe halt nur Scheiße in den Körper reingeworfen und das war halt alles immer nicht so wichtig. Also ich meine, das ist ja auch so ein Prozess, glaube ich, des Altwerdens, dass man mehr und mehr solche Dinge macht irgendwie, glaube ich zumindest. also es ist bei mir halt, meine Wohnung, wenn du jetzt hier reinkommst, denkst du so, sag mal, wohnt sie jetzt noch hier? Oder also hier ist halt immer ordentlich, Blumen sind gegossen so, Wäsche ist weggehangen, gewaschen, alles so. Mann, wenn ich mir überlege, früher, die Tonne, die siehst du da hinten ja, ne? Mein Wäscheberg war früher doppelt so hoch wie die Tonne. Habe ich gar nicht mehr, sowas habe ich gar nicht mehr und da gehört das für mich auch dazu. Ich meine, Backen ist ultra geil, das macht übelst Bock und sich ein eigenes Brot in die Fresse reinzuschieben, ist halt schon geil oder wenn du dein, nur alleine zum Beispiel dieses Hackfleisch-Wolfenhäute und dein eigenes Burger-Band zu essen, du weißt halt, was da drin ist. Du hast keine Konservierungsstoffe oder weiß der Geier, was da alles noch für ein Shit drin geworfen ist, sondern du hast das gemacht so. Natürlich, ich muss dazu sagen, das Burger-Band war jetzt nicht so wie aus der Packung, wenn du die aufreißt, so richtig quetschi-quetschi, super fluffig so, aber es war super lecker. Du hast halt die süße Note gehabt, es war tippitoppi so und ganz ehrlich, ich sage es dir so, wie es ist, ich habe da eine riesige Arbeitsfläche, das wird nicht das letzte Gerät gewesen, da kommt auf jeden Fall noch eine Heißluft-Fritteuse kommt da noch hin, da kommt noch eine richtige Kaffeemaschine hin, falls irgendwann mal irgendwie eine Frau hier einzieht und einen Kaffee trinkt oder so, aber da kommt auf jeden Fall, bei mir, die ganze Küche wird voll gerammelt mit dem Shit. Ich habe mal Burger-Bands gemacht aus so körnigen Frischkäse, also diesem körnischen, du weißt, was ich nicht meine, ne? Ja, ja. Ich hatte mal vor Jahren mal irgendwie so ein Rezept dafür und das habe ich gemacht und der Teig war richtig blöd klebrig und so weiter, aber die Buns waren so lecker, das war so, also das muss ich nochmal irgendwie rauszubringen, jetzt wurde es gerade so gesagt, also an so Backen habe ich mich jetzt nicht herangetraut, ist das falsch, ich mache ab und zu so ein Bananenbrot und so anderen Krimskrams, wenn man so abgelaufene, also so dunkelbraune Bananen hat, die kann man damit super verarbeiten. Bei mir war es bisher immer nur so, also bei mir war es immer nur das Kochen bisher. Backen finde ich cool, aber Kochen war so mein Ding. Und das Problem beim Backen ist halt, du machst dann halt so ein Blech-Flaumenkuchen und dann hast du halt so ein Blech-Flaumenkuchen und dann hast du irgendwann so ein Blech-Flaumenkuchen, weißt du? Ja, das Gute daran ist, wenn man gute Nachbarn hat, dann kann man das immer abgeben. Dann kann man das immer alles schön abgeben, so wie die Burger Buns, die freuen sich das Loch im Arsch und du kannst irgendwann mal dir ein Goodie einsacken und so, weißt du? Ach, komm mal. Ja, ich weiß, ich weiß. Jetzt brauchst du was. Ich hatte letztens so, habe ich in meiner Küche ein bisschen aufgeräumt und ich hatte noch von so einer alten Promo noch so zwei Teesorten, die ich nicht so ganz so gefeiert habe und das war dann halt auch so ein grüner Tee und sowas anderes irgendwie und das habe ich auch damals nicht irgendwie so getan, als ob oder so. Ich habe auch gesagt, so, ja, der geht in die Richtung, aber so meins wird das halt nicht, ne? Dann habe ich mir einmal den Nachbarn dann geschenkt. Ich habe sie gefragt und meinst du so, ach, so nett, woher wusstest du denn, dass ich hier aus Ostfriesland komme? Und ich so, äh, wusste ich nicht. Und ja, willst du haben? Ja, klar, was willst du denn dafür sehen? Ja, nix natürlich, ne? Also auch weiter verschenkt dann halt. Ja, also wir sind da nicht so in so einer Schenk-Nachbarschaft. Nicht? Naja, nicht wirklich. Ey, also wenn ich das nicht hätte, dann würde ich das nicht machen. Ich habe es ja heute auch ein Brot gebacken, reich mit dir geben. Oh. Ich bin ganz furchtbar gerade. Ich mutiere zum Fieder. Es ist furchtbar. Aber, also, diese ganzen Gerätschaften, das habe ich auch beim Opti-Grill gesagt, so, ey, das kann jetzt halt einfach fucking jeder Bleppo so. Also, ich meine, Brot backen ist ein Prozess, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe am Anfang wirklich wieder auf die Harte, ich lerne immer gerne auf die Harte Tour mit richtig Scheiße, ohne Hilfe von irgendeinem Bäcker oder so, sondern mach mal, mach mal, mach mal und dann später, wenn das gut wird, dann ist halt geil so. Und, äh, also backen ist schon schwierig. Ich habe gelernt, backen muss man immer wiegen. Alles andere ist eine Lüge. Ich habe immer so freie Schnauze gemacht, aber der Hase läuft einfach nicht. Scheiße, geht nicht. Habe ich auch zwei Brote für gebraucht, aber ey, ist okay. Aber es ist halt schön irgendwie. Es verbraucht nicht viel mehr Zeit im Tag, habe ich so das Gefühl. Ja, kommt oft an, wie man sich blöd anstellt. Die Maschine macht das von alleine. Du schmeißt die Scheiße da rein, kippst was Löffel für Löffel da drin, fünf Minuten später ist der Teig fertig, schmeißt das Rind in das Ding und dann ab nach, ab in den Ofen und tschüss. Mehr muss ich machen. Mega geil. Ich bin auch gewillt, so alles auszuprobieren. Raps, dann auch noch zu machen. Toastbrot möchte ich auch nochmal selber machen. Bin gerade voll drin. Toastbrot, da bin ich gespannt, wie das bei dir wird. Also das habe ich selber auch noch nicht ausprobiert. Aber wie gesagt, beim Backen war ich bisher nie so drin. Bei mir war das bei meiner Ex-Freundin so, dass Backen und Kuchen und Backen und so ein Scheiß war so ihre Domäne und das Kochen eher so meine. So und dann bin ich nicht so eher so in die Quere gekommen und sie nicht so mir so. Weißt du? Wir haben also, ja, keine Ahnung, so ein Ding. Ja. Und du sagst, der Opti-Grill, das kann jetzt jeder pleb. Also ja. Und was mich daran fasziniert hatte und auch immer noch tut ist, du schmeißt ein Stück Fleisch auf den Opti-Grill, du kannst dich komplett um eine andere Scheiße kümmern, deinen anderen Krimskrams fertig machen. Das ist nur eine Timingfrage. Du musst nur ungefähr wissen, wie lange braucht das Stück Fleisch da drauf. Und dann ist das Stück Fleisch fertig, wenn du mit allen anderen Sachen fertig bist. Das Ding piept. Du sagst, es ist ready und es ist ready. Das finde ich super geil. Das finde ich super geil. Und dann kriegt man noch so später noch so ein bisschen so raus, so fängt, ah, also dieses Fleisch mag ich nicht so gerne, wenn es durch ist, sondern das sollte eher so die Stufe davor raus. Aber das ist ja dann Geschmackssache. Das ist wirklich Geschmackssache. Sehr lecker. Ich kann es, also für mich ist das wirklich, ich habe ja viele, also man muss dazu sagen, ich komme aus super, super, super einfachen Verhältnissen. Also ich bin super einfach aufgewachsen, alleine mit Vater zusammen. Also mich wundert es immer noch, dass er einen WMF-Bretter hatte, wo eine Gans drinne war zu Weihnachten. Aber das war es dann auch schon. Und ich bin ja ohne weibliche Erziehung groß geworden. Aber das ist egal. Aber ich habe das so halt nie kennengelernt und Oma über Feuer, hier so richtig über dem Feuer noch Essen gemacht und hier alles mit Kneten und so eine Scheiße. Und ich habe das ja so übernommen. Also mein Lebensstil ist ja schon immer super einfach gewesen. Also ich hatte keine Küchengeräte, ich hatte zwar einen Herd, also ein Induktionsherd ist schon tippitoppi, um halt Nudeln zu kochen in zwei Minuten. Und habe damit jetzt dieses Jahr angefangen und ich bin sowas von dermaßen, also es ist abgespaced, was es für Küchengeräte gibt, die so viele Dinge so einfach machen. Alter, das ist ja absolute Wahnsinn. Es gibt, du musst dir mal vorstellen, das klingt für viele Leute jetzt super beschissen und die werden sich totlachen, aber eine fucking beschissene, beschichtete Pfanne, wo du kein Fett reinmachen musst und da brennt nix an. Alter, ich habe gestern ohne Scheiß, ich habe gestern auf neun einfach ein Omelette reingeschmissen in die Pfanne. Auf neun, Alter, auf dem Induktionsherd auf neun. Wenn du da eine normale Pfanne nimmst, kommt danach eigentlich nur noch schwarze Scheiße raus. Ohne Scheiß. Habe das auf neun gemacht, bin auf den Balkon gegangen, habe mir die Nase gepopelt, meine Popel in den Garten geschnipst, bin reingegangen und denke mir so, fuck, Alter, das Ei ist ja komplett im Eimer. Ich so gemacht, guck, krass, alles easy, heb das an, braun, was? Das ist halt für mich so, das ist für mich so weltbewegend, dass Menschen irgendwie das geschafft haben, so eine Kacke zu produzieren, um Menschen wie mir, die total bescheuert sind, das Leben einfacher zu machen. Wie so ein Opti-Grill. Ich würde nie in meinem Leben, würde ich so ein Steak auch nur ansatzweise so gut hinkriegen wie ein Opti-Grill. Im Leben nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also ich feiere das Gerät auch so, aber ich bin aus dieser anfänglichen Euphorie natürlich jetzt so ein bisschen raus und ich benutze es halt einfach nur noch als Werkzeug. Und ich finde auch, der Opti-Grill ist absolut seine Kohle wert. Und ich verstehe auch, wenn jemand sagt, nee, das kommt mir nicht ins Haus, ich stehe auf Holzkohle oder whatever, ich mache mir das so, ich mache mir das so, wie du schon sagtest, Bratenthermometer, kann ich nachvollziehen. Für mich, für meinen Fall, ist das Ding super und ich werde mir immer wieder einen holen. Immer. Ich auch. Ich werde mir auch den nächsten holen. Also ich weiß, dass ich mir den großen holen werde, weiß ich schon. Wenn nicht sogar das Tefal-Sponsoring reinrudert. Ich sehe es nämlich schon kommen. Ich sehe es schon kommen. Wir haben uns damals nämlich dann so direkt gefragt, so wie kann denn einer wie der Benni, weißt du, so ein bisschen abschätzig so, wie kann der denn so ein Tefal-Sponsoring kriegen, weil der hatte dann immer so Giveaways von Tefal und hier noch einen und da noch einen und in seiner Küche standen drei, vier Geräte rum. Wie kann der an sowas rankommen, aber wir nicht? Und dann die Antwort war natürlich so, ja, weil Tefal von uns nichts gehört hat und der macht das halt schon super lange und dann ist es doch logisch, dass eine Firma irgendwann mit einem zusammenarbeitet, so, ne? Naja. Aber so gesehen hat Tefal das ja nicht erfunden, ne? Es gab ja vorher schon das Gerät, das George Foreman ganz toll fand, ne? Ja. Und Sandwich-Toaster gab's auch. Ja. Die gab's auch alle. Ja. Oh man, ich weiß gar nicht, ob ich noch so ein Sandwich-Toaster hab. Also ich hab auf jeden Fall mir noch mal so ein Waffel-Maker geholt, so einen mit diesen Herz-Waffeln, weißt du? Oh. Ja, pass auf, das kann ich aber auch erklären. Die, auch wieder vom Optiker gibt's ja eine Auflage für so Waffeln. Mhm. Und dann hast du aber nachher so ein Okolyt. Dann hast du aber nachher am Ende so ein Okolyt von Waffel mit einer Million Kilo Teig da dran. Wer soll denn das essen? Du hast gar keine Ahnung, Jim. Das ist korrekt. Erleuchte mich. Du, das ist auch kein Problem. Entschuldigung, ich muss ja kurz Katzenfoto machen, weil du das einfach so süß. Ich hab diese Woche Sonntag in der Tat Waffeln gemacht, Jim. Mhm. Rudi, kauf dir das, isst die Waffeln, deine scheiß Herz-Waffeln kannst du wegschmeißen. Ist wirklich so. Verschenk das Ding. Du hast in deinem Leben noch nicht so schöne, große, fucking, fluffige Waffeln gegessen. Ich schwör. Ehrlich jetzt. Also das ist so ein Brikett. Auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Kaventsmann. Aber das Volumen, also es ist halt wirklich volumentechnisch, ist das so geil und fluffig. Ja, aber das liegt doch am Teig und wie du die, was du mit Zutaten reinmachst und wie du die aufbereitest. Weil die einfach höher sind. Da ist mehr Platz für Luft. Hast du dem, also zumindest sehen mein Vater von früher, das ist halt, äh, ist halt nicht mehr, also, die sind halt so dünn. Wenn ich einen Pfannkuchen mache, in der Pfanne. Was machst du? Pfannkuchen oder? Ja, Moment, mal einen Pfannkuchen. Wenn ich jetzt einen Pfannkuchen in der Pfanne mache, egal ob so kleine Pancakes oder so einen größeren, fetten Pfannkuchen wie von früher so, ja, dann begebe ich mir beim Herstellen des Teigs natürlich Mühe mit einzelnen Komponenten und es muss abgeschmeckt sein, es muss schön süß sein. Ich mag das nicht, wenn der so, wenn der so neutral schmeckt. Also bei mir ist schon Zucker drin und alles, ne, und ich back den auch mit Äpfeln auf und ich schlage auch die, ich schlage auch das Eiweiß erst auf kein Mineralwasser rein, damit da ein bisschen Kohlensäure drin ist oder so. Ich hab nicht mal Backpulver drin und der Teig ist trotzdem richtig schön fluffig durch das aufgeschlagene Eiweiß, ne? Und, also ohne Scheiß, damit gebe ich mir echt Mühe und das schmeckt auch, also ich finde, es schmeckt sehr gut und bisher hat sich auch noch niemand beschwert und meine Gäste haben, waren immer der Meinung so, ja, das ist schon sehr geil, ne? So, ohne jetzt Müssen anzugeben. So, und wenn ich das Gleiche... Das Ding ist halt bei, Entschuldigung, bei Ei aufschlagen hast du sowieso schon alle Frauenherzen erobert, weil das ist so, Ei aufschlagen, bist du King und unterheben, bist du dann noch der größere King, weil dann kannst du, kannst du was, verstehst du, da bist du schon durch. Wenn ich das, ich mach das ja nicht, ich werd dafür immer gehasst. So. Okay. So und, und ja, also die Story ist eigentlich schon zu Ende, also, also wenn ich das Gleiche jetzt bei dem, bei dem, bei dem Teig machen würde, den ich dann belgische Waffenstyle-mäßig in den Optik-Grill packe, dann müsste das ja auch dann fluffig werden, aber dann liegt's halt am Teig und nicht an der Maschine und ich steh ja auf den Optikerin. Das ist einfach, das ist geiler. So und wo wir grad beim Thema, man gibt sich ja Mühe sind, ähm, als ich, ich hab mal im Fernsehen vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, bei irgendein, in irgendeiner, so ein, so ein Zwischenbericht gesehen von irgendeinem italienischen Koch, also so ein Typ, der in Deutschland kocht und keine Ahnung und der hat, der hat so eine, so diese typische, originale italienische Soße gekocht, also sprich, ähm, äh, Zwiebeln, einfach nur in Olivenöl anschwitzen, bisschen Salz dazu, in seinem Fall kamen sogar von Anfang an ein bisschen Basilikumblätter dazu, dann packst du passierte Tomaten rein, ähm, vielleicht noch ein paar frische, auch alles schön klein gemacht, das lässt man dann in Ruhe vor sich hin köcheln, so bla bla bla, ne, äh, noch ein bisschen Zucker dazu, ein bisschen Salz rein, am, am Ende nochmal ordentlich Basilikum unterheben, damit das halt richtig schön, damit die Blätter noch so ein bisschen Struktur haben und so weiter, ne, und man lässt das halt richtig schön lange kochen, teilweise eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, ne, niedrige Temperatur, und, Digga, ich habe das zwei Wochen lang jeden Tag gekocht, weil ich es besser machen wollte, mit Möhren dazu, mit Paprika dazu, mehr Salz, mehr Fleisch, mehr Fleisch, genau, mehr Zucker, ähm, mehr Anteil hiervon, weniger Anteil davon, so, ne, meine, meine Freundin damals, die hat gesagt, du hast sie nicht mal, ich kann es nicht mehr sehen, und ich habe gesagt, es ist noch nicht fertig, es muss, es geht noch besser, so, und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich bei meiner Ma in Italien mal das Originalrezept oder, ne, also von einem Italiener gemacht gegessen habe, da komme ich nicht dran, also das schmeckt, die, das ist halt einfach, die macht das ihr ganzes Leben lang und das schmeckt halt geiler, das schmeckt, das schmeckt halt geiler, ist okay, so, ne, aber die kocht halt auch mit Gas und die lässt das auch locker eine Stunde kochen, no fucks given, ja, und, äh, die packt die ähnlichen Sachen rein, das ist das Krasse dabei, die packt genau das gleiche rein wie, wie ich, nur halt eben, ne, in etwas anderem Abständen, Rhythmen, whatever, andere Temperaturen und dann, ja, das müssen wir erstmal eine Stunde lang kochen lassen, okay. Ja, ich kenne da auch so einen Menschen, äh, ist auch so in der Küche, siehst du einfach, siehst du einfach keinen fucking Stich, das schmeckt halt alles anders, kannst du eigentlich, nimmst du alles, was so, was du, was du kennst, schmeckt, deins schmeckt scheiße, das schmeckt geil, aber ich glaube, man ist sowieso, wenn man bei anderen Menschen ist, sowieso anders eingestellt, weil man seine, nicht seine eigene Note dran hat und nicht so kritisch ist, glaube ich. ja, und weil die Personen natürlich auch einen eigenen Style und, ja, ja, klar. Wobei, in Italien habe ich den Fehler gemacht, ich habe dann mal so ein, es gab so ein Fischgericht und ich so, oh, das ist doch mal ein leckerer Fisch, was ist denn das? Und dann kam so ein total, fast schon beleidigter Blick so, ja, ein Grillfisch. Weißt du, ich wollte halt wissen, was das für eine Sorte Fisch ist und, das ist ein Grillfisch, was denkst du denn? Ich habe das Mikrofon abgerissen, ich esse keinen Fisch. Ich habe das Mikrofon abgerissen, ich esse keinen Fisch. Aber das ist schon krass, du kommst ja eigentlich so vom Wasser weg, ne? Ich kann das nicht mehr, ohne Scheiß, ich habe an der Küste gelebt. Ich bin als kleines Kind, muss ich dir vorstellen, ich bin in Wismar geboren, ich wurde ausgeschissen, war ein Wochenende bei meinen Großeltern oben in Mecklenburg und bin dann runter nach Binz, an die Ostsee, wirklich, also du hast im Bett gesessen und du konntest die Ostsee sehen und Fischer, Fischern war damals noch riesen Shit, also nix mit riesig Fischen und super weit rausfahren, sondern und ich habe wirklich von Jahr 1 bis Jahr 21 jeden verfickten Morgen Fisch gerochen, jeden. Ich kann es nicht mehr, Fisch geht nicht. Alter, wenn ich das nur rieche, kriege ich schon Aber du hast früher Fisch gegessen. Ja, natürlich, also ich habe Fisch schon ausprobiert, wenn ich immer höre, wie man, also es gibt ja Menschen, die so ein bisschen weiter Inland sind, weißt du, oh, jetzt erstmal schönes Matschisbrüche, und ich denke mir so, Alter, wenn ihr hier oben wohnen würdet, nee, mein Vater ja auch. Geil, Alter, lass mal ein Fischrestaurant, ich so, Vater, nicht ess kein Fisch, ist mir egal, Alter, lass mal ein Fischrestaurant, ich sag, du wohnst doch schon seit, ne, seit 63 Jahren wohnst du an der Ostsee, an der Ostsee, du wohnst in der Ostsee, wie kannst du die Scheiße noch essen? Wieso? Weiß ich nicht, was wirst du? Ja, das riecht doch die ganze Zeit. Der arbeitet im Kernkraftwerk, und da ist auch Fischerei und Grillerei, und dann sagt er immer, ja, weißt du, Junge, wenn das da so richtig schön, äh, findet, dann kommt das immer komplett über das Betriebsgelände rüber, und dann kannst du schon den Fisch riechen, und dann fahren wir das abends überholen. Ich sag, Vater, wie kannst du das noch essen? Wieso? Ist doch geil. Ich kann, ich kann das einfach nicht. Ich kann Fisch nicht mehr sehen, nicht essen, nicht riechen, hau ab mit der Scheiße. Äh. Okay. Okay, das ist so, das ist der umgekehrte Fall von, naja, du fährst irgendwie total weit weg in den Urlaub, aber Hauptsache es gibt Schnitzel, ja? Nur halt eben andersrum. Das hab ich, da bin ich aber, muss ich ganz ehrlich, muss ich mich selber so ein bisschen, ähm, äh, muss ich mich selber ein bisschen ertappen, und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht so. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Ich esse da so, äh, ich bin da nicht so der experimentierfreudige Mensch. Beim Fisch? Nee, alles. Nee, also wirklich alles. Ich bin ein sehr vorsichtiger Esser. Das war ich, das war ich früher, erstaunlicherweise. Also früher war das so, äh, aha, aha. Also heute erst mal her, und wenn's gut riecht, oder wenn, ne, also es gibt wenige Sachen, also es gibt ein paar Sachen, die esse ich, möchte ich nicht essen. Pilze, geht nicht. Aber, ja, ich weiß, ich weiß. Aber, ne, aber, aber, ja, jeder hat so seins. Aber ansonsten, erst mal rein, erst mal gucken. So. Ich hab da auch keine mir bekannten Allergien oder so, ne? Alles gut. Nee, also das kann ich irgendwie nicht. Also es gibt so gewisse Sachen, ich hasse zum Beispiel Zucchini. Alter, ich hasse dieses Gemüse. Zucchini und Auberginen, verpiss dich mit der Scheiße. Das ist so, bleh. Und es ist so viel Zucchini und, äh, und, und, äh, Dings hier, sag schon, Zucchini und Auberginen, so, hau ab. Nee. Und wenn du dann immer schon guckst, Auberginen, nächstes Gericht. Ah, nächstes Gericht. Nee, nein, und weg, und weg, und weg, und weg, und weg, alles weg. Ich hab in Italien, ähm, da wurde ich ja nicht gefragt, es wurde einfach gemacht, so. Was gibt's denn gleich? Ja, äh, Auberginen, blablabla, und ich so, äh, was, Auberginen, das ist nicht so mein Fall, ne? Lass einfach stehen, wenn du das nicht magst. Okay. Auberginen irgendwie in Olivenmüll ausgebacken, auch wieder nicht so heiß, und dann, keine Ahnung, dies, das drauf, und am Ende war das halt, äh, Auberginen mit irgendwie, ich glaube, Parmesan und irgendeiner Panade noch irgendwie, Digga, das hat überhaupt nicht nach Auberginen geschmeckt, und das war die geilste Auberginen, die ich in meinem ganzen Leben gegessen hab. Ja, also das war schon, äh, das war schon anders lecker. Oder auch, ähm, es gibt so ein, es gibt so ein, ähm, es gibt so ein Kindergericht in Italien, das hat, das geht irgendwie mit, ähm, äh, Blumenkohl, auch mit Käse, ich glaube, Parmesan auch wieder irgendwie sowas, und ich glaube, ein bisschen Speck, und ansonsten nur Nudeln. Da hätte ich mich reinsetzen können, das war so unfassbar lecker, aber, und dann hab ich so, ja, das ist jetzt so ein Kindergericht, ich weiß gar nicht, was du daran so gut findest. Und ich so, lecker. Einfach, simpel, lecker. Damit kriegst du mich. Ansonsten herzhaft, ne? Münsteraner Küche auch super. Ich erinnere mich an mein erstes Mal, äh, Zucchini. Mhm. Oma hat, äh, so ein Rezept in der Britta gehabt, damals. Zucchini aushöhlen, und dann mit Frischkäse Fleisch auffüllen. Ja, so ein Schiffchen. Ja. Also, ich bin, das Ding ist halt, ich beschreibe das immer so, ich bin halt wirklich so ein ostdeutscher Boy. Und so bin ich auch aufgewachsen. Möhren, Erbsen, Mehlschwitzereien, ne fette Bulette, Kartoffeln, Rinnensgesicht. Und nix mit, Oma hat früher nicht rum experimentiert, weil, also, Oma war, äh, eine der wenigen Frauen so, die Männer wollen die Scheiße fressen, also gibt's das auch. Rosenkohl, Blumenkohl, äh, Rotkohl, Grünkohl, aber nix mit, äh, Brokkoli, also, so diese, ich nenn's jetzt mal, Ja, Shishi, so. Diese fancy Sachen gab's früher nicht. Und, ey, ich komm da nicht mehr ran. Also, wirklich, ich hab schon so meine Geschmacksknospen echt so zugelassen, aber jedes Mal, wenn ich zum Beispiel Auberginen esse, denk ich so, blablabla, 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 ist einfach nicht mein Jam, so. Ist auch nicht mein Geschmack. Romanesco kennst du aber, ne? Was kenn ich? Romanesco? Äh, was ist Romanesco? Das ist so eine Blumenkohl-Brokkoli-Kreuzung, glaube ich. Ich bin da nicht ganz im Thema drin. Ich google. So, der sieht, der sieht, also, also Romanesco mit, mit C, äh, der sieht, der sieht, der sieht aus wie so ein außerirdischer Blumenkohl, weißt du so, das ist so ein Kopf. Der hat dann so. Ne, kenn ich nicht. Den hab ich, den hab ich auch erst, als ich angefangen hab zu kochen kennengelernt und wir waren auf dem Wochenmarkt und ich so, was ist das denn? Ist das irgendwas aus Asien? Und meine damalige Freundin hat sich halt kaputt gelacht und ich so, wie, kennst du das nicht? Und ich so, you tell me. So, aber der geht halt voll in die, in die, keine Ahnung, Blumenkohl-Richtung. Ja, wie so ein Tannenbaum, genau. Also mein Chat sagt, das ist eine Kreuzung aus Blumenkohl und Brokkoli. Also wenn ich jetzt google übrigens nach Romanesco, kommt hier, äh, Rhython-Phalos, äh, Kultgefäß der Römer. Okay, dann such mal nach Blumenkohl-Romanesco. Das, das sollte sehr eindeutig sein. Ne, also ich seh das schon, aber oben in der Leiste hab ich mir grad gedacht, warum ist, was macht der krumme Penis da auf meinem, in meinem Suchergebnis? Äh. Und dann denkst, oder denkst du dir so, es ist sehr gut, dass ich diese Bildersuche nicht live gemacht habe. Ja, das hab ich mir auch gerade gedacht. Äh, es war dann doch etwas weird. Naja gut, okay, äh, lassen wir das einfach mal so im Raum stehen. Ja. Absolutely. Bohnen, absoluter MVP. Grüne Bohnen. Hab ich früher nicht durch den Hals gekriegt. Heute find ich's sehr geil. Auch ein schönes Stück Fleisch dazu. Oder auch im Speckmantel oder irgendwie sowas, ne. Bist Bacon. Grüne Bohnen sind einfach MVP. Ich hab schon so lange... Also, wenn du mal in Münster bist, äh, und ein gutes Restaurant suchst, dann hol dir einen Tisch beim Drübbelken. Da gibt's halt Münsterländer Küche, aber halt eben die, die Bacon-Plus-Version. Also ich glaube, die machen alles in Butter. Also alles. Das ist so ein alteingeses... Also so ein alter... Das ist halt so ein Laden, der so auch ein bisschen Tourimäßig aufgemacht ist, ne. Also so in so einer alten, in so einer alten, keine Ahnung, wie nennt man das, in so einem alten Stall so umgebaut halt irgendwie. Aber mitten in der Stadt, also richtig komplett drin und auch total urig und klein, ähm, irgendwie aufgebaut. Aber, aber, also Münsterländer Küche wird da halt, ne, da gehst du nicht hungrig raus. Ja, ich ess ja, ich ess ja nicht mehr so viel, also... Ja, aber, ne, für einmal, ne? Ja. Küchengeräte sind einfach geil, weil genau das, weil genau das ist so, das macht dein Leben so viel einfacher, man. Oh ja. Und das, das Ding ist halt immer, weißt du, diese Hardcore, kennst du, kennst du diese Hardcore-Menschen? Ey, jetzt mach das mal alleine da, Junge. Jetzt hau mal ab und lass mal die Scheiße und knet mal richtig durch, wie das ein Bäcker macht. Und du denkst dir so, sag mal, also, warum hat der Mensch denn sowas erfunden, wenn ich, also, hä? Kenn ich. Diese Menschen kenn ich. Beim Optikgrill, selbes Ding. Ne, also, nur auf dem Grill, Junge. Das kann nicht gut werden, das ist ja richtig scheiße, ich bin richtig ein Griller. Dann denkst du dir so, ja, sorry, ich aber nicht. Für mich wurde das erfunden, Verschäße. Ne, mach das mal richtig auf euch. Ich kann nicht mal ein Holzgrill. Ja, dann nimm ein Gasgrill. Ja, geht auch nicht. Ja, Elektro ist auch scheiße, der ganze Zeit nicht grill. Ich finde, Küchengeräte, muss ich ganz ehrlich sagen, sind einfach, sie wurden, ich weiß es nicht, wer es war, bei vielen Geräten, aber die Menschen gehören einfach geküsst. Weil sie nämlich genau für solche Bleppos wie mich die Küche begehbarer gemacht haben. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, klar. Also, begehbarer im Sinne von, ich kann jetzt auch mal 70 Euro Steak da rein donnern und das wird trotzdem gut. Und dann wird dir auf jeden Fall jemand widersprechen und sagen, so was, wie kannst du so ein geiles Stück Fleisch in dieses Elektrogrill-Machwerk packen? Also, ich habe Wagio davon gegessen, das war sehr lecker. Chad ist natürlich komplett gestorben und eskaliert, aber I don't give a fuck, das hat gut geschmeckt. Also, es war schön kross, es war knusprig, es war lecker. Ich muss zum Beispiel nicht bei Holzkohle essen. Feier ich gar nicht. Willst du nochmal einen Thermomix probieren? Ja, steht auch noch auf der Liste. Echt? Ja. Den will ich auch noch haben. Also, du bist jetzt, ich höre dann schon raus, dass du bist nicht Team, nein, Thermomix hat nichts mit Kochen zu tun. Hä, ist mir doch scheißegal. Wenn das Ding für mich alleine kocht und ich mir was ordentliches zu essen machen kann, dann, äh, also. Ich finde den halt, ich finde den einfach zu teuer. Was kostet der? Keine Ahnung, vierstellig, locker. Ja, ein Thermomix? Ja, Chat ist September, oder? 20 Prozent und die, 20, 20 Prozent auf Verschenkel. Ja, und Twitch hat gerade erst die, die Subpreise reduziert, also, so günstig gab's Giftsabs noch nie. Ne, so günstig gab's Giftsabs noch nie, Chat, und, äh, Naja, also, also, beim Thermomix bin ich raus, da weiß ich, da kenne ich mich nicht aus, da kann ich nichts zu sagen, ähm, aber, was ich so gesehen hab, du musst dir dann auch diese ganzen Rezepte dazukaufen, also, der kann ja ansonsten erstmal nicht viel, und dann kriegst, kaufst du diese kleinen scheiß USB-Sticks, wo dann auch Rezepte drauf sind, und die bezahlst du auch nochmal einzeln. Echt? Keine Ahnung, ob man das selber programmieren kann, oder ob es da auch externe Quellen gibt, äh, die man dann zufüttern kann, das weiß ich nicht. Äh, und es gibt ja auch viele Replikate mittlerweile davon, beim Aldi wird ja was verkauft, und bei den anderen Läden ja auch, aber, weiß ich nicht, also, da hat's bei mir dann aufgehört, ich hab dann gedacht so, nee, also eine Maschine, die mir dann sagt so, piep, und jetzt Salz, okay, piep, und jetzt 200 Milliliter Wasser, okay, ja, weiß ich nicht, das hatte dann, doch, das hatte für mich nichts mehr mitgekommen zu tun, aber, ich geb dir, also, ja, ich würd's auch, ich würd's gerne mal ausprobieren, aber das ist mir dafür zu teuer. Also, ich sag's dir so, wie es ist, was auf meinem Zettel definitiv noch steht, ist, ne ordentliche Kaffeemaschine, weil ich hab mir eine geholt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, feier ich nicht so sehr, ist ganz cool, aber ich hätte gern eine so, die zügig Kaffe macht, ne Heißloch Friteur, sätt ich gerne, und Thermomix, würde ich auch auf jeden Fall ganz weit da vorne. Und danach mach ich mein Wohnzimmer. Da steht nämlich nur ne Couch drin. Aber ist egal. Also, mein Chat schreibt gerade, äh, 1599 für den neuen Thermomix, es gibt Geräte, kostet 40 Euro im Jahr, nix mehr mit USB-Stick kaufen, 1350 im Angebot. Da geh ich rein. Also, das mach ich auf jeden Fall, Chat. Nach, nach dem September, wenn der richtig reinböllert, dann geb ich mir erstmal ein Thermomix. Ich sag's mal, wir brauchen mehr Subs. Wir brauchen mehr Subs für Thermomix. Also, das Ding ist ja, ich versteh ja die Herangehensweise, dass das nicht mehr viel mit Kochen zu tun hat, ne. Aber ich sag dir ganz ehrlich, äh, ich bin ja immer Team, Kochen ist ja geil, und Backen ist ja auch geil, aber wenn du ne Gerätschaft hast, was dir, äh, was dir das ein bisschen abnehmen kann, und zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal, wir nehmen, wir nehmen jetzt dich, ja, du hast einen super, super Busy-Tag. Also, du bist, machst Papiere, bist am Stream, äh, zwischendurch bist du noch mit deiner Freundin unterwegs, dann hast du hier noch ein Date, und dann, das sind so Tage, wo du ganz schnell mal dir in der Kaufhalle so ein bisschen Bullshit kaufst und den in dich reinwirfst. Aber an solchen Tagen kannst du halt auch einfach zwischen Tür und Angel, währenddessen du scheißen gehst und dir die Zähne putzt, das Zeug da reinbimsen, und der macht dir das halt von alleine fertig. Also, ja, Moment, Moment, aber du hast doch noch diese Zeitfenster, in denen du dann da sein musst, um etwas zuzuführen. der piept doch, und dann rennst du da fix hin und schmeißt das da rein, drei Sekunden, dann rennst du wieder weg. Also einmal vom Pott mit Hose hoch, Küche. Du, ganz ehrlich, ich fühle das absolut, weil, ich sag mal so, man kann sich das Leben halt auch einfacher machen. Und, also, wenn ich jetzt für mich selber mal spreche, ich finde, Ernährung ist jetzt nicht großartig was Schweres und es dauert nicht unbedingt alles super lange, aber so lange Prozesse wie zum Beispiel Gulasch, nehmen wir einfach mal Gulasch. Gulasch könntest du ja... Gulasch, super Beispiel, ja. Genau, Gulasch kannst du einfach da alles reinnageln und der macht dir Gulasch fertig. So, und wenn du überlegst, also, nehme ich jetzt mal meine Großmutter, natürlich macht die um Längen geileres Gulasch. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Aber die Frau steht dann auch sechs Stunden in der Küche. Und da wurde jedes Stück Fleisch einzeln angefasst, angehaucht und mit ganz viel Liebe da reingelegt, so. Der Thermomix wird wahrscheinlich nicht ganz so da rankommen, wahrscheinlich, aber der erspart dir fucking fünf Stunden und du kannst was Vernünftiges essen. So, und jetzt frage ich mich immer, will ich den Deal eingehen, mir selber was Vernünftiges zu machen und ich gehe den Kompromiss ein, dass das eine Maschine für mich übernimmt oder gehe ich in Konsum, kaufe mir irgendeine Scheiße, werfe die in mich rein oder mache mir paniertes irgendwas für ein Gummi-Steak aus dem Gefrierer, knall das in der Pfanne und mache das oder mache ich mir einen Wrap, der fünf Minuten dauert, schmeiße den in den Opti-Grill rein, schiebe mir das ins Gesicht und habe mir ungefähr, keine Ahnung, in sieben Minuten eine Mahlzeit gemacht, die mich komplett wegbimmsatt macht und vernünftig war. Da überlege ich gar nicht. So, wenn du das jetzt natürlich einem Koch gibst, beispielsweise, einen Sterne-Koch, der wird... Schupp, 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 in vielen Küchen, auch in der Sterne-Gastronomie werden so Sachen wie Thermomixer auch gerne benutzt. Ja, natürlich. Soßen und so einen Scheiß, vielleicht noch für andere, ich will jetzt nicht... Es gibt halt einfach so viel so viel Edge-Lords, die gar nicht verstehen, dass das nicht mal jedermanns Sache ist. So, und damit, mit solchen Geräten holst du solche Leute halt ab. Weil der Edge-Lord, der auf seinem Kohlegrill steht und für den einfach das super Wichtigste ist seine variierten Rippchen, sieben Stunden in das Ding da reinzupacken, dass das wirklich abzuziehen... Finde ich aber geil. Es ist mega fucking lecker und das will ich gar nicht, also das möchte ich wirklich gar nicht dem absagen, dass das nicht ein geiles Hobby ist, dass das nicht unfassbar lecker ist, aber es macht halt nicht jeder und es kann auch nicht jeder und es hat auch nicht jeder so viel Zeit, sich diesen Skill anzueignen. Dafür gibt es einen verfickten Opti-Grill, weil da saß nämlich jemand dahinter, der wahrscheinlich drei Milliarden Stunden Fleisch gegrillt hat wo du das Ding aufklappst, schmeißt dein Steak rein, machst das zu, es kommt raus wie fast auf dem Grill, es schmeckt natürlich nicht nach Kohle, aber so ein Bleppo wie ich hat ein ordentliches Stück Fleisch gegessen, wenn er denn eins möchte oder sich andere Sachen damit gebaut. So und dafür sind die Gerätschaften doch da. Also auf jeden Fall absolut pro Thermomix. Absolut pro. Ja ich merke schon, du bist da gerade so in der Seek-and-Destroy-Phase so, ne? Also was steht denn jetzt auf deiner Backlist? Du hast gerade gesagt, eine gescheite Kaffeemaschine, ein Thermomix und was war das andere? Eine Heißloch-Fritteuse. Ah, ein Airfryer, ja genau. Airfryer, ja genau. Das Problem ist, meine Community, wenige Leute aus meiner Community haben mich mit Airfryern quasi gequält in meinem Discord, ne? Ja. Mit so Sachen, die sie gemacht haben. So ganz einfach Sachen wie so Kichererxen, Ebsen, Snacks und noch so, ne? Einfach nur in so Rubs, in Gemüse, quasi in Gewürz-Rubs so reingeballert und dann so als kleinen Snack da gemacht bis hin zu Fritten, bis hin zu whatever so und echt, da bin ich schon, da bin ich schon sehr, da bin ich schon sehr angemacht. Also sehr. Ich sag dir so, wie es ist, Kartoffelecken, einfach Ratze-Fatze, 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 Rinde in das Ding, lässt eine halbe Stunde ballern und dann hast du richtig schöne, knusprige Kartoffelecken, hast deinen eigenen Snack gemacht und das Einzige, was du gemacht hast, war Ratze-Fatze, Hat Stay sein Airfryer mitgebracht? Nee, noch nicht. Noch nicht. Das Ding ist ja, ich muss das wirklich nochmal hier im Stream offiziell sagen, ich habe diese Sachen nicht mit Absicht gejoinkt, okay? Sie wurden einfach dagelassen. Und warum sollte man sie nicht benutzen, wenn sie da bleiben? Ich werde auch nächsten Stream nochmal extra darauf ansprechen, dass der Fleischwolf noch hier ist, weil ich möchte ihn nicht joinken, okay? Wurde vermerkt. So. Es wurde vermerkt, sehr vermerkt, sehr, 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 sehr. Ja, also das mit den Küchengeräten fühle ich auch sehr. Also ich koche sehr gerne, zwar nicht jeden Tag, heute war auch wieder so ein Ding, ich hatte halt noch so ein Hallo-Frisch-Gericht hier und das war halt noch von der letzten, also von letzter Woche, glaube ich, oder von Anfang der Woche und das war halt jetzt Zeit, das zu machen. Das war super, super lecker, das waren Nudeln mit Pesto-Calabrese, ne, bla, und wenn man es im Stream hat, das war wirklich sehr lecker, kann ich nicht anders sagen. Aber heute wäre so ein Tag gewesen, da hätte ich mir gerne was zum Mittag bestellt und mein Chat weiß das, wir haben vor ein paar Tagen mal in einer sehr bekannten Liefer-App nachgeschaut, was denn bei mir überhaupt an Optionen besteht und es gab nur zwei Läden, bei denen ich mittags überhaupt hätte bestellen können. Einer von diesen Läden hat über eine Stunde schon Lieferzeit auch erstmal angegeben plus eine sehr hohe Mindestbestellwert und der andere Laden, da meinte der Chat so, spaßeshalber, ja, so lange wie du überlegst, haben die gleich zu, bevor du was da bestellen kannst. Ich so, nein, die haben bis 14 Uhr auf, anders würde es ja keinen Sinn machen. Es ist kurz nach 13 Uhr, zack, ich kann nicht mehr bestellen, weil die zu haben. Und alle anderen Läden ab 17 Uhr oder, ne, noch weiter weg, so eine Scheiße. Geht halt nicht. Ich wohne halt hier wirklich in einem Nicht-Liefergebiet und das ist auf der einen Seite cool, weil du kannst ja, wie du schon sagtest, eben nicht mal eben in die Gefahr kommen, irgendeinen Scheiß zu bestellen, ne, weil es ist ja super einfach. Auf der anderen Seite aber scheiße, wenn du mal wirklich keinen Bock hast, was zu machen, ne. Ewig. Ich hab ewig nicht bestellt. Ich hab nicht mal, ich hab nicht mal das Bedürfnis danach. Also ich hab auch, ich muss es sagen, ich hab kein Bedürfnis nach Schokolade, ich hab kein Bedürfnis nach, hab kein Bedürfnis nach irgendwas. Also wirklich. Ich hab, bin so happy mit den Sachen, die ich so momentan, hab ich gesehen, fand ich mega geil. Hast du die bestellt, oder? Ja, ja. Soll ich mal im Chat fragen, warum du nicht mehr Tarkov spielst? Ja, das hat mich vorhin auch schon jemand gefragt. Okay. Keine Ahnung, Leasings und Kein Bock mehr. Viele komische Dinge, tausend Munitionsarten, immer dieselbe Meter, um die Ecke sterben, ach, such dir irgendwas aus. Okay. Ich hab mir, ich hab mir ein Paket bestellt mit russischen Süßigkeiten, da waren so ein paar Bonbons drin und unter anderem auch diese Schokolade. Ah. Ja, Überraschung, in Russland essen sie auch Süßigkeiten, ja, und diese Schokolade, das ist so, du kennst doch noch diese Ero-Schokolade, die so Luftbläschen mit drin hat? Ja. Die geht so in die Richtung, aber von der soll's, und der Chat halt, ne, das ist die falsche, die gibt's mehrere, da gibt's auch welche, die hat die nicht. Und das ist jetzt nicht die leckerste Schokolade, die es gibt, ja, aber es ist mal okay. Es ist anders, also da wird auch anders, äh, anders essen gemacht, weil da ist nicht so viel Sugar drin wie bei uns. Damit, äh, solltest du dich vielleicht mal auseinandersetzen. Kannst ja mal mit deinem Stream zusammen gucken, äh, ich weiß gar nicht, wo das war, Mr.Wissen2go, äh, Zucker, die Zuckerlobby, guck mal nach, da wird dir schlecht. Mach das mal. Zucker ist überall drin, ne? Aber wir sind eins der Länder, wo, also mit Amerika, wo einfach am meisten fucking Zucker drin ist. Also wir haben zum Beispiel, ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wir haben sieben Gramm Zucker mehr pro 100 Milliliter als, äh, die Niederlande zum Beispiel. Das ist richtig viel. In den Niederlanden, wenn du zum Beispiel, ich trinke so gerne niederländische Fanta, ne? Ich, ich ärgere mich, dass, äh, dass das jetzt, äh, noch weiter weg ist. Aber immer, wenn ich da hingehe, nehme ich mir einen Sixer Fanta mit. Oh, ich liebe diese, ey, ohne Scheiß, ich hab, äh, ich hab das letztes Jahr, als wir mit Sascha waren, äh, nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr waren wir in, äh, ähm, in den Niederlanden und ich hab mir so, als Jux und Dallerei wollte ich mir eine Fanta kaufen. Bei McDonalds hab ich das gemacht. Aber ich saß da dran, ich dachte mir, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist doch keine Fanta. Ich hab den Deckel aufgemacht. Okay, nochmal, das ist Fanta. Ich musste wirklich in den Supermarkt gehen, hab mir noch eine geholt und der mir so, das ist ja wirklich Brause. Die schmeckt ja fruchtig. Wo, was ist das denn? Wie, da steht Fanta, ist das wirklich von Cola? Ich geguckt und alles, das ist ja wirklich Fanta. Das ist ja richtig abgefahrene Scheiße. Das war krass. Überleg mal, wer dann am Ende daran schuld ist. Die Industrie pusht das immer weiter hoch, in dem Fall jetzt Coca-Cola, weil der Markt das verlangt. Dadurch pusht es sich immer weiter hoch und naja, du machst deine Kunden schön abhängig, weil, ne, Zucker sucht, dies, das. Ich spreche da ein offenes Lied. Ich bin da, bin voll zuckerabhängig, komplett. Ich gar nicht mehr. Ich bin das echt los. Also ich, also ich mache in der Haferflocken einen Löffel Honig rein und ich esse vielleicht einen Joghurt, der gezuckert ist, aber, oh, stimmt nicht, Entschuldigung, ich trinke auch noch Cola Light. Okay, Cola Light trinke ich auch, aber mehr brauche ich echt nicht. Also in sowas wie, wie Haferflocken, da kommen bei mir Agavendicksaft rein. Schmeckt, also da drin schmeckt mir das sehr, sehr gut. Aber ich wollte noch kurz was anderes sagen. Wir reden jetzt die ganze Zeit über Essen, wir haben ein bisschen über OptiGrill geredet, den man ja nicht so richtig an den PC anbinden kann, leider noch nicht. Doch, es gibt einen mit einer App. Es gibt auch eine Bluetooth-Version, aber das kannst du, glaube ich, ziemlich knicken. Ich glaube nicht, dass das wirklich weiterentwickelt wurde. Also, ich habe mir damals die Videos dazu angeguckt und ich habe gedacht, so, das ist völliger viele Fans, was Tefal sich dabei überlegt hat. Und die nächstfolgenden Versionen des OptiGrills hatten das nicht. Es gab nur diese eine Version nach meinem Wissenstand davon. Ich meine, was konntest du damit machen? Du konntest verschiedene Profile anlegen, dass Bernd seinen Schnitzel irgendwie ein bisschen mehr durch hat als Ursula. Und du hast theoretisch, glaube ich, sogar eine Push-Benachrichtigung, wenn es fertig ist. Okay, das heißt, das ist eine gute Sache. Du sitzt oben am Computer oder unten oder woanders, auf jeden Fall nicht in den Hörbereichweite des OptiGrills. Du schmeißt das Ding da drauf, lässt es völlig unbeaufsichtig in deiner Küche vor sich hin brutzeln und du kriegst eine Benachrichtung auf deinem Handy, die du vor einer halben Stunde bekommen hast, weil du nicht permanent auf dein Handy guckst und denkst dir so, ah ja, Fleisch war fertig. Das brauche ich dann auch nicht. Das brauche ich auch noch nicht. Nee, pass auf, du siehst es nicht, es steht da. Ja. Ich muss erst mal sagen, du hattest recht. Das habe ich jetzt auch schon ungefähr die ganze Woche lang erzählt. Ich habe erzählt, Dizzy hatte recht. Ja, wieso das denn? Ja, pass auf, wir haben den Stream-PC eingebaut in das kleine Gehäuse mit dem kleinen, mit dem Micro-ATX-Mainboard und das war auch alles toll. Ich habe alle meine Leistungstests gemacht und die Leistungstests bezogen sich alle nur darauf, kann diese CPU encoden, Streaming gleichzeitig, läuft das, macht OBS-Probleme, gibt es Überlastungen. Nein, alles toll, alles tippitoppi. Und dann will ich den Scheiß einrichten, ich habe mir da ein bisschen Zeit gelassen, wissen wir alle, ist ja auch egal. Und auf einmal ruckelt sogar Windows und ich denke so, was ist das denn? Also, alle Kameras angeschlossen, die Overlays reingepackt, dies, das, bla 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 und das 1440p Gameplay, was in 60 FPS reinkommt, was vorher beim Testen keine Probleme gemacht hat, alles läuft. Aber sobald ich irgendwie viele Quellen benutze und viele Szenen, ruckelt das wie Sau. Mit 1440p und dann habe ich noch, und dann dachte ich so, okay, pass auf, dann stellst du erst mal die EDID ein mit dem Tool. Ich habe das auch als Tool gemacht, weil ich benutze ja eine andere Capture-Karte als das Bind-File, das du mir gegeben hast. Das war ja nur für die, oh, ich weiß es gar nicht, ich glaube für die Dual. 4K Plus. Oder für die 4K Plus, whatever. Und die sind zu meiner nicht kompatibel gewesen. Und da habe ich mich dann ein bisschen mit beschäftigt, ich habe gesehen, da kannst du sogar Frequenzen einstellen und das geht echt in die Tiefe und da wollte ich mich gar nicht so mit auseinandersetzen. Ich habe das dann halt so ausprobiert, bis ich eine Version gefunden habe, die dann halt das richtige Eingangsformat hat. Also, dass ich wirklich 2560 mal 1440 als Auflösung habe, weil die Capture-Karte automatisch mal 1600 erkennt. Also mal 1600 Bildpunkten und dass es 60 FPS Eingangsformat erkennt. Und das ist im Prinzip das, was ich wollte. Also nicht 144, sondern 60 FPS. Okay, gemacht, getan, rukelt immer noch. Ich denke so, was soll die Scheiße denn jetzt? Kann doch nicht sein. Sagt mir User aus meinem Chat, also Mathe in dem Fall, sagt mir so, ja, du, pass auf, bei deinem Board, wir sind auch in die Falle getappt, du hast ja ein B550 Mainboard und da wirst du ein Problem mit den PCI-Express-Lanes haben, weil dies, das, bla, bla, bla. Und ich so, was? Und dann haben wir das nochmal erklärt, nochmal gezeigt, dies, das. Und er hat recht. Das gab da auf jeden Fall Performance-Probleme. Und da habe ich gar nicht lange überlegt. Es ging darum, ich habe mir dieses Board ja damals speziell gekauft, weil das halt eben vier PCI-Express-Lots hat plus zwei M.2-Anschlüsse. Einer davon hängt an der CPU, der andere, also, Entschuldigung, der eine hängt am Chipsatz, der andere hängt am PCI-Express-Bus und alles cool. Und er hat mir dann empfohlen und meinte so, ja, pass auf, dieser X570, der passt bei dir auch und der dürfte auch keine Probleme machen. Ich den sofort bestellt, eingebaut, ausprobiert, keine Probleme. Dachte ich. Wieder eingerichtet, alles angeschlossen. Dieselbe Scheiße. Es ruckelt. Denkst du, das kann doch jetzt nicht sein. Dann so, was hatte Dizzy denn da nochmal gesagt? Ja, irgendwas mit Quellen werden ja irgendwie gerendert, ne, über die scheiß Grafikkarte. Ja, das kann man ja ausschalten. OBS, Einstellung, Hardware-Decoding für die Quellen deaktivieren. Easy, kein Problem. Ruckelt. Ja, weiter. Tag, Tag später. Ich hatte dann auch keinen Bock mehr, ne. Ich, ich, nochmal ihm geschrieben und er so, ja, nee, Windows darf nicht ruckeln. Das darf nicht passieren. Mach, mach, mach es am besten eine Neu-Installation. Ich so, ja, mach ich eine Neu-Installation, ne. Klack. Wir haben schon verabschiedet. Dann hat es mir keine Ruhe gelassen. Ich so, ja, scheiße, das muss jetzt aber irgendwie, na, da war es schon irgendwie halb eins, ne. Warte, USB-Stick fertig gemacht, Windows installiert, draufgezogen, ausprobiert, ruckelt. Und einen Tag später, da hatte ich keinen Bock mehr. Und einen Tag später, gucke ich so, Task Manager, GPU-Auslastung, eine Quelle aktiv, womit ich ja nur meine ganzen Tests gemacht habe, 70, 80, 90 Prozent Auslastung von der GPU, von der Grafikkarte. Machst du noch ein paar andere Quellen dazu, 100 Prozent und es stößt halt schon oben an und du merkst schon, das ist halt too much so, ne. Windows fängt an zu ruckeln, natürlich ruckelt der Stream, natürlich ruckelt alles andere. Also, wir reden nicht über die Encoding-Leistung der CPU, sondern halt um das Rendern und Berechnen sozusagen der Quellen beziehungsweise der Ebenen beziehungsweise der Szenen. So, und das macht halt die Grafikkarte und die GT 710 ist anscheinend zu alt, läuft, meine ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, PC-Express 2 whatever und hat halt zu wenig Dampf. Und dann guckst du halt mal so in deinen Stream rein, so, ne, ich hab jetzt eine 3090 im System drin, also jetzt kein Flex, aber das ist halt die Maschine, die jetzt hier so ist und du guckst so und denkst so, hm, okay, also für das, was wir jetzt hier gerade sehen und da müsste man ja meinen, ja, das kann ja jeder PC aus dem Schlaf, ne, äh, macht die GPU gerade 30% Last und okay, irgendeine Art von Grundlast liegt ja an und bla, ist ja auch scheißegal, ne, aber das frisst schon mal 30% Last und wir reden auch nicht darüber, dass wenn man jetzt viel, viel mehr machen würde, dass das dann auf 100% hoch geht und oh, wir müssen alle NASA-PCs haben, damit das halt irgendwie läuft. Nein, nein, das ist kein Problem, ne, weil wir genug Bandbreite und so weiter zur Verfügung haben und das ja sowieso nicht alles gleichzeitig gerendert wird, aber, ähm, das war dann das Nadelöhr, was, was, was einfach dazu geführt hat, dass es angefangen hat zu ruckeln, dass es nicht funktioniert. Ja, dann habe ich vielleicht den, das, den alten Game-PC genommen, hab, da ist ein X470-Mainboard drin, hab da jetzt vielleicht eine 3080 drin, die aber nicht drin bleibt, keine Sorge, hab den 5900X da reingebaut, ähm, alles andere drin gelassen, die SSDs geswitcht, dass man halt eben sofort ausprobieren konnte, läuft. Also ja, du hattest recht, die Grafikkarte war dafür nicht ausreichend, ich wusste das nicht, ich musste diese Erfahrung auch erst machen und, äh, jetzt habe ich ein Mainboard mehr, das andere wird jetzt zu, äh, zu meiner Freundin in den PC kommen, weil der PC bei ihr läuft auf dem letzten Loch und, ähm, die Grafikkarte, die ich gerade an Cravitz verliehen hab, weil dem ist seine abgeraucht und die ist gerade zur Reparatur beim Hersteller, äh, weg, ähm, sobald die wieder da ist, kommt in den Game-, in den Stream-PC wieder die 2080 Ti rein, also ohne die Anführungszeichen, also die 2080 Ti, die wird dann auch in dem Stream-PC drin bleiben, weil dann kann ich alle RTX-Funktionen von Nvidia Broadcast benutzen, ich habe keine Performance-Probleme und das ist zwar sehr dekadent, weil es wird auch eine wesentlich kleinere Grafikkarte reichen, aber die 2080 Ti habe ich schon und jede andere Grafikkarte, die reichen würde, müsste ich erst kaufen. Aha. Das war die traurige Geschichte meines immer noch nicht in Betrieb genommenen Stream-PCs. Also, schön, dass du die Erfahrung gesammelt hast, ähm, ich sag jetzt auch nicht sowas wie die üblichen Sachen, sondern, ich hab die ja gesagt, das Wichtige ist, du hast die Erfahrung gemacht und, äh, ich glaube, ich habe bei mir, äh, bei dir, meine Glaubwürdigkeit etwas oben geschraubt. Ja, das ja sowieso, aber ich hab halt, ich war halt der Meinung, dass es diese Optionen in OBS gibt, deaktiviere das für die Quellen, dass das OBS auch macht. Aber OBS, aber es scheint auch keine Option dafür zu geben, dass man das Encoding, danke. Die werden immer bearbeitet. Also seit, äh, früher, früher ging das auf jeden Fall, aber in der damaligen Zeit, als wir unsere Streaming-PCs benutzt haben, hatten wir bei weitem noch nicht so vollgejagte OBSs wie heute. Wenn ich jetzt, äh, wenn wir einfach nur mal überlegen, nur in dieser Szene hier haben wir ja schon zwei Kameras. Wenn wir jetzt beispielsweise auf den Desktop gehen, unsere Kamera noch dazu und jeglichen anderen Rods, der noch dazu kommt und alle anderen Sachen sind ja quasi immer da, weil du hast ständig Switcheroos, äh, dann 14, das Ding ist halt, schon alleine nur, wenn du zweimal 14, 40p, äh, in deine, in deine Dings reinhämmerst, in dein OBS, um das zu streamen mit Kamera und, äh, Bagger, die Grafikkarte ist halt einfach, EGMOS los, tschüss. Die Frage ist halt, was genau für eine Last es verursacht auf der Grafikkarte, die nur die Szene darstellen soll. Eigentlich müsste es der Grafikkarte doch scheißegal sein, ob das Signal, das ankommt, 1440p ist, 4K, 1480p. Das wird ja alles durchgerechnet. Jeder Frame, der da ankommt, pro Dings, wird da immer durchgeschickt. Weil erstens mal wird es für den Stream dargestellt und zweitens mal für dich auch nochmal dargestellt. Und das schaffen die alten Grafikkarten von der Menge halt gar nicht mehr. Als wir das damals gemacht haben, unsere ersten, haben wir 720p verschickt. Ja, oder halt eben 1080p. Genau, aber das ist ja bei Weitem noch nicht 1440p, 60fps, deine Kamera nochmal Full HD. Also Menschen belächeln halt immer noch den Streaming-PC. Und ich meine, es ist alles tippitoppi und wunderschöni, dass wir alle über NVENG streamen können. Aber ich sag's dir so, wie es ist. Eine Kamera, zwei Kameras, drei Kameras, vier Kameras. Hier vorne hängt noch die fünfte Kamera dran. Dein Rechner schwitzt, Alter. Dein Rechner schwitzt. So, dann haben wir das hier noch und das da drüben auch noch. An Bilder. Der hat, also ich bin froh, dass da eine Radion 7 drin ist und die sagt so, ey, Nachmitteln sind Flut. Das geht halt einfach nicht mehr. Also ich sag mal so, ich hab's probiert, so wirklich die unterste Kotzgrenze, wenn du so ein Folgeladen des OBS hast, wie bei mir jetzt zum Beispiel, ist eine 1050 Ti. Also unterkommst du nicht weg. Also wir hatten uns da natürlich, also wir hatten mir noch ein paar andere Sachen geschrieben, so von, ja, bei ihm würden das Leute so mit der 1660 super machen. Da hab ich geschrieben, ja, die 1050 Ti müsste das aber auch können. Aber das wäre auch so meine untere Grenze im Sinne von Alter der Grafikkarte, Bandbreite, die man sieht, was sie hat, was sie kann, ne, dies, das, das, das. Das Problem ist jetzt dann aber auch wieder Corona und die Chipknappheit. Schau mal bitte nach, was diese Grafikkarten kosten. Ich weiß, 200. Ich hab grad nachgeguckt. Ja, mindestens eher mehr. Weil ich hab nämlich immer noch das Problem, ich hab's immer noch nicht rausgefunden, warum mein Rechner grafikkartentechnisch, schwarze Bildschirme, OBS stürzt ab. Ist mir letztens schon wieder passiert. Und ich hab die steile Theorie, äh, weil ich hab nämlich letztens nochmal einen Radeon-Treiber installiert, der hat dann wieder angefangen zu stottern und zu ruckeln. Äh, also die musstest du wirklich wieder deinstallieren. Äh, 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 oh, wenn ich diesen Satz schon wieder lese, Shortruder, zu dir komm ich gleich. Ähm, wenn du, ähm, äh, wenn du den Grafikkartentreiber installierst, fängt das an zu stottern. Und, äh, das funktioniert halt einfach, äh, das funktioniert halt einfach gar nicht. Also, du kannst keinen Treiber installieren. Und letztens ist mir das wieder abgestürzt. Und weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Ich glaube, meine Katze schläft oben auf dem Ding drauf und der wird einfach irgendwann zu warm und dann stürzt das ab. Ey, ohne Scheiß, ich hab letztens, also Jim jetzt, wirklich, ich hab letztens meine Hand oben auf meinen Computer gehalten, als meine Katze da drauf gelegen hat, ne? Alter, da kam wirklich, da kam pisswarme Luft kam da raus. Also wie so ein Airfryer. Genau. Und ich hab wirklich, also ich glaube, jedes Mal, wenn das abgestürzt ist, hat meine Katze auf dem Rechner gelegen und der wurde zu warm. Und dann sind immer nur die Bildschirme ausgegangen, das Ding ist komplett gecrasht und dann war er weg. Das kriegst du aber raus. Da kannst du ja einfach nur Monitoring mitlaufen lassen, um zu gucken, was passiert denn vor dem Crash? Ne, da steht leider nichts drin. Hab schon geguckt, Windows-Protokoll steht nichts drin. Ne, ich mein jetzt hier sowas wie HW-Info oder sowas. Ach so, das hab ich noch nicht gemacht. Weil ich mir das halt einfach nicht vorstellen kann, warum das passiert. Weil dieser Rechner hat bis auf Windows-Updates nichts Neues drin. Und der Grafikantreiber hat auch nie Probleme gemacht. Ey, ohne Scheiß, das macht dich wahnsinnig. Ich bin schon, ich war kurz davor, mir für 200 Flöten eine 10,50 Di-Zo gehoben. Und da hab ich mir gedacht, ne, du bist doch nicht bescheuert, was soll die Kacke denn? Lösungsvorschlag aus meinem Chat, diese Spikes drauf machen, wie gegen die Vögel. Ne, ich hab einfach ein paar Kopfhörer oben drauf gelegt. Übrigens nochmal kurz zu dieser Thematik, weil das gerade jemand geschrieben hat, was völliger Irrglaube ist, der Streaming-PC braucht gar keine Grafikkarte, weil X264 ist Software-Encoding. Das ist erstmal völliger Quark mit Soße, weil OBS trotzdem jedes Bild, was dargestellt wird, durch die Grafikkarte durchjagt. Es ist scheißegal, ob du X264 streamst oder, ne, ob du X264 streamst oder nicht, was sowieso erstmal Hardware ist und nicht Software, geht das trotzdem durch deine Grafikkarte durch. Jeder einzelne verfickte Frame. Und glaub mir, ich war früher auch so clever und dachte mir so, ja geil, Alter, Intel hat ja eigene Intel hat ja eigene Grafikeinheit drauf. Super easy. Sparste Grafikkarte. Ich das Ding eingebaut und tote Hose. Grill dir einfach deinen Rechner. Schaffst du nicht. Mein erster Stream-PC, auch von Kravitz quasi abgeschaut, beziehungsweise ich war sogar bei ihm, er hat mir das gezeigt, ne, guck mal hier, da musst du drauf achten und so weiter, hab ich auch keine Grafikkarte eingebaut, bin über die iGPU von der CPU gegangen. Das geht. Das geht. Aber sobald du halt, ich sag mal so, in den 1080p-Bereich, 60 FPS gehst, keine Chance. Keine Chance. Und man kann auch über iGPU encoden. Und man darf nicht unterscheiden zwischen, ja, die CPU encodet das Endergebnis, das stimmt, aber womit wir jetzt, womit ich jetzt meine Probleme hatte, war eben, die Grafikkarte wird von OBS trotzdem ausgelastet, mit halt eben 100% GPU-Last. So, und das ist nicht das Encoding, ich hab nicht mehr Encoding laufen lassen, ich habe keinen Stream encodet in dem Moment. Das ganze Betriebssystem hat geruckelt, weil ich über die eine Capture Card 1440p60 Material reingeschickt hab, dann hab ich die Elgato Cam Link über den USB-Bus angeschlossen, die zieht ja auch nochmal ordentlich bandbreit, das ist also ein schönes Gerät, um das mal auszuprobieren, um mal auszulasten, und nur diese beiden Geräte haben Windows zum Ruckeln gebracht. Und als Grafikkarte war jetzt verbaut eine GT 710, das ist halt, wie gesagt, eine etwas ältere Karte, die hat auch noch einen DVI-Anschluss und einen VGA-Anschluss, also so alt ist sie im Prinzip schon. Und OBS sagt dann halt, nee, ist nicht. So, und ich hab halt, es gibt keine Optionen meines Wissens Sache in den Einstellungen von OBS, die man das komplett deaktivieren kann und kann diese Last komplett auf die CPU abwalzen. Aber es stimmt natürlich, das Encoding läuft dann über X264, also sprich, das Software-Encoding wird dann komplett über die CPU gemacht. Aber das ist nicht das Problem, über das wir gerade geredet haben. Nee. Also ganz ohne Grafikkarte wäre mir unbekannt. also vielleicht über irgendwelche virtuellen Maschinen, Gedingsbumse. Das ist auf jeden Fall sehr, also ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema für mich, für uns und auch schön darüber zu reden, aber die Gruppe von Leuten, die das betrifft, die ist halt so gering, dass die ganze Industrie da gar kein Interesse hat, sich mit zu beschäftigen. Nicht mal OBS hat daran Interesse. Also X264 ist noch mehr Hardware und nicht Software und auch nicht nur CPU-only und sobald OBS ins Spiel kommt, also weiß der Geier, wie du das jetzt machst, sobald OBS ins Spiel kommt, ist eine Grafikkarte da, die in OBS erstmal deine Bilder darstellt. Und ohne geht da gar nichts. So. Also wie zum Kuckuck möchtest du das denn anstellen? Also kannst du mir gerne zeigen und ich lasse mich davon gerne überzeugen. Ich kann dir aber sagen, ich habe schon ohne Grafikkarte probiert und da geht erstmal vor nichts, weil nichts dargestellt werden kann. Funktioniert nicht. Und OBS lebt schon alleine von der Preview. Ich wollte gerade sagen, wir reden jetzt auch nicht über einen rein hypothetischen Fall von dies, das, übel, sondern wir reden halt über den Fall wie bei Nils mit, was waren das, acht Kameras mit 1080p, 60, ich nenne es jetzt mal Plus-Auflösung und Gameplay hier NDI-Feed da und so weiter und also ja, man kann die Vorschau deaktivieren und ja, das bringt mir auch zwei, drei Prozent in der GPU-Auslastung, nicht CPU-Auslastung, in der GPU-Auslastung bringt mir das mehr und ich kann auch mein 1440p-Signal auf 1080p runtercrunchen und auch nur 1080p encoden, also reinkriegen und das bringt mir auch nochmal ein bisschen was, aber das bringt mir im Umkehrschluss nichts, wenn ich dann weiß, es gibt ein Hard Limit und sobald ich ein paar Quellen zu viel habe, ein paar Szenen zu viel habe, die aktiv gehalten werden, beispielsweise dann im Umkehrschluss dann auch irgendwelche Browser-Sources, die ich vielleicht aktiv halten will, um sie aufzurufen, dass das ein Hard Limit ist bei einem PC, der vierstellig kostet, das ist ja genau das, was ich mit dem Stream-PC nicht will. Deine Grafikkarte stellt ja auch nicht nur die Preview dar, sondern rechnet jedes Bild durch und gibt das weiter an deinen Prodeck. Nochmal. Du kannst deine Preview deaktivieren, deine Grafikkarte hat trotzdem Last. Kannst du gerne ausprobieren. Das ist genau das, was ich ausprobiert habe und die Last entsteht dann, ja. Genau. Weil jedes Bild da reingeht und dann zu deinem CPU und dann weg. Wie Leute das machen, ich habe keine Ahnung. Für mich als der Anwender von OBS kann ich dir sagen, geht nicht. Habe ich schon probiert, wollte auch schon mal clever sein, hat aber nicht funktioniert. Und sobald du anfängst, so viel Material da rein zu donnern, wie bei mir, ist da sowieso zicki. Und Feierabend. Aber du kannst mich gerne von einem besseren überzeugen, kannst mir irgendwas also schicken, ich gucke mir das gerne an, ich kenne es nicht, sagen wir es so. Um fair zu bleiben. Nächste Spezialfolge, Stream-PC ohne Grafikkarte, so geht es. Ah, nee, warte, wir müssen das ja, müssen wir ein bisschen reißerischer machen, ne? Alle Streamer mit Stream-PC dumm, Grafikkarten obsolet. Ey, es gibt Menschen, die streamen von einem fucking Raspberry Pi, so. Und wollen dir halt erzählen, dass das so der, das Ding ist. Und du denkst dir dann immer so, wie soll das Ding das dann schaffen? Also, ja, na klar. Und dann stellt sich halt immer raus, weißt du, dann kommt so ganz lustig unten drunter, aber ich spiele nur Retro-Games in 4 zu 3. Dann denkst du so, ja. Tippi-toppi, klasse. Toller Tipp, Menschen denken, dass sie vom Raspberry Pi streamen können. Tolli, wirklich, weltklasse. Also, ja, man kann vom Raspberry Pi streamen, Punkt, 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 aber. Genau, aber. Und das vergessen halt viele Leute halt immer. Naja. Naja, äh, kleine Anekdote, Stream-PC ist quasi jetzt einsatzbereit, ich wollte den jetzt nur nicht direkt vor dem Hardcast einrichten, weil du weißt, wie es ist, irgendwas läuft dann nicht so rund und. also nochmal, Short-Router, also wirklich, bei X264 ist die integrierte Grafik normalerweise völlig ausreichend, weil sie nur ein Bild auf den Monitor ausgeben soll und nichts in Coden. Das ist ja schon mal per se nicht falsch. Aber, und jetzt kommt das kleine bis mittelschwere, aber, das funktioniert bis zu einem gewissen Maße, weil die Grafikkarte trotzdem genutzt werden wird, sobald du mit deinem 5900X qualitativ auf diesem Level wie hier unterwegs bist, ist nicht mehr genug Kapazität da, dass dieser Chip da drauf das Bild verarbeiten kann, es an die CPU sendet und dann nach draußen. Dafür ist in dieser Einheit nicht genug drin, weswegen man sich eine Grafikkarte nimmt, die diese Arbeit übernimmt, das dann an die CPU zu meinen Coden weitergibt und dann das rausgeht. Dass das funktioniert, yo, okay, aber nicht in dem Ausmaß, wenn wir von 1080p60 reden. Wenn du das hinkriegst, zeig mir das gerne, ich lass mich davon überzeugen. Aber mach dein OBS Rammel voll, bitte. Wirklich Dachlatten voll. Und es geht nicht nur, also wirklich, es geht nicht um die Preview, die du in OBS siehst, sondern deine Grafikkartenschip verarbeitet jedes Bild einzeln. Weil OBS irgendwo dazwischen drinnen hängt. Wie das funktioniert, frag mich nicht, keine Ahnung. Du kannst alles ausmachen in dem Ding. Du hast trotzdem Grafikkartenlast drauf. Und das liegt nicht an deinen Bildschirmen. Ich mach jetzt so, weil das mein Typ ist. Es liegt nicht an dem Bildschirm. Ich habe das schon x tausend Mal mit Menschen geklärt und den versucht zu erklären und jedes Mal, also Jim ja jetzt auch, versucht es bitte, tut es. Ich habe das schon drei Versionen durch, schon zwei Jahre früher und kann sagen, es funktioniert nicht. Und du brauchst immer potentere Grafikkarten, um die Menge an Material zu verarbeiten. Egal, ob du x264 machst oder nicht, weil es spielt keine Geige. Die Grafikkarte rechnet die Bilder auch trotzdem nochmal durch. Und gibt es dann weiter. Und danke Jim, dass du das getestet hast. Es ist schön, dass es immer noch so ist. Gerne. Ich hätte es gerne gehabt, dass die GT 710 das gekonnt hätte. Das hätte sehr, sehr viele Platzprobleme. Ich habe nämlich jetzt ein Platzproblem. Ich weiß gerade nicht, wo ich den Stream-PC mit der Grafikkarte hinstellen soll. Also ich habe hier genug Platz. Ich habe offensichtlich hier einen Raum, den ich nutzen kann, aber ich hätte es lieber gehabt, dass der PC in dem Regal steht und dann wenig Platz wegnimmt. Naja, nie Glück. Hast du vielleicht mal über einen Riser nachgedacht und die rauszuholen? Irgendwie? Ja, die Idee war auch da, aber in dem Gehäuse ist insgesamt sehr wenig Platz mit Riser. Vor allen Dingen haben wir überlegt, ja, wir könnten ja auch eigentlich, ja, pass auf, wir könnten ja eigentlich auch die, das Problem ist ja dann auch die M.2 Capture Card, also ist ja auch ein Spezialteil so in dem Sinn, ja, da muss es doch auch Riser Kabel für geben, dann könnten wir nämlich die, könnten wir das alles da einbauen, weil wir hatten dann wieder ein Platzproblem, weil diese Capture Card hat ja diese Kühlrippen oben drauf und dann passen nicht mehr die anderen Karten rein. So, und hin und her überlegt, geguckt, gemacht, getan, ja, diese Riser-Dinger gibt es, aber im Umkehrschluss, es macht jetzt mehr Sinn, das in den, auf das alte X470-Board einzubauen, in ein großes Case und Arschlecken. Es ist dann halt so, ne, ist auch besser gekühlt, das kommt auch noch dazu, dieses, das ist ein In-Win-Gehäuse, das pumpt, es zieht sich sozusagen Luft von unten und pumpt es dann durch einen, was ist das, 360er-Radiator, dann wiederum nach hinten raus. Also da ist der, der Airflow ist quasi richtig schön einmal durchs Gehäuse durch, mit noch Zusatzlüfter von, der das nach hinten nochmal raussaugt. Also das ist, glaube ich, mein Gehäuse mit dem, in Anführungszeichen, besten Airflow, abgesehen von dem Corsair 4000D Airflow, das vielleicht auch noch vergleichbar gut ist. Also ja. Und ich habe gestern die Freuden des RGB durchgespielt, weil die Corsair Software per se erstmal nicht das Mainboard gefunden hat, also sprich die RGB Sachen, die auf dem Mainboard angeschlossen sind, an den RGB dann angeschlossen wurden, nicht erkannt hat. Und da dachte ich so, das muss doch gehen, das ging doch vorher. Und ja, die Ritz des Lösungs war, nach einer 10-sekündigen Google-Suche, ja, du musst halt einfach nur die Asus Aura Software auch nochmal installieren, damit Corsair es findet und dann kann man sie ansprechen über die Corsair Software und ja, dann ging es. Ganz wichtig, dass mein Stream-PC RGB hat. Ich lasse es nur in Soft-Weiß leuchten, aber da es keine weiße RGB in diesem Ding gibt, leuchtet es ja immer ein bisschen blau, ne, bläulich. Ja. Ich habe also, meine beiden Computer, die leuchten einfach wie, ich weiß nicht, ein fucking Christbaum, ich habe nie was eingestellt. Das ist mir scheißegal, alles leuchtend sehe ich eh nicht. Das ist mir bumpe. Ja, ich habe schon überlegt, vielleicht baue ich die beiden PCs jetzt irgendwie so neben mir hin und die seitliche Kamera, die fängt das dann ein, dass man die noch so sieht, aber dann denke ich mir so, ja, brauche ich jetzt nicht, ne? Ich habe letztens auch, Jim, habe ich mit dem Gedanken spiel, boah, ich habe ja die Elgato auch noch hier zum Ausprobieren, äh, war gar nicht so übersprungen. Ähm, ich habe auch überlegt, was mache ich jetzt mit der Kamera hier, puh, wo mache ich die denn hin? Da habe ich überlegt, ja geil, Alter, Jim hat ja so ein Ding, da sitzt er so von außen und dann quatscht er so rüber und das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Und dann denke ich mir so, naja, die ist ja eigentlich schon so von außen. Habe ich überlegt, machst du andere Seite? Ne, kannst du auf dem Flur rausgucken, ist auch wieder kacke, wenn du Besuch hast oder so. Habe mir das genau vor das Gesicht gemacht und habe festgestellt, oh, ich bin echt schon ziemlich gut, äh, hier ist nix mehr. Es ist nix mehr. Du kannst demnächst den Matrix-Effekt darstellen, ohne die, äh, wie viele Kameras waren das damals? Die haben doch, die haben doch, die haben doch so einen Rig gebaut. Ähm, es gibt auch einen, es gibt auch einen Streamer, äh, der Schlagzeug spielt, der hat auch so einen Matrix-Rig aufgebaut, ne, mit x Kameras um sich rum und er kann das irgendwie so durchschalten und ich meine, der hätte das auch mit, mit in Elgato, äh, äh, Cameling Plus gemacht, Not Sure. Weiß ich nicht. Irgendwie 17, 18 Kameras oder so, das ist schon, das ist schon Next Level Wild, aber es ist halt nur ein Effekt. Wenn du das dann pro Stream fünf, sechs Mal machst, das ist wie so ein Kameraslider, weißt du? Ja. Ist cool, aber irgendwie, ich finde man, es gibt ganz wenige Streams, bei denen ich das richtig cool finde. Es gibt einen DJ-Stream, äh, bei dem ich das ganz witzig finde, weil die das auch nur in einer Szene drin haben und der Kameraslider bewegt sich nicht die ganze Zeit. Da ist das noch so ein bisschen Interaktion, aber bei den meisten Streamern finde ich das irgendwie, also ich bräuchte es nicht. Ich habe auch, ich habe letztens ohne Scheiß, habe ich überlegt, was kannst du denn jetzt machen? Also, was baust du für neue Spirenzien ein, so? Und ich denke mir halt immer, ja geil, Alter, so ein Zoom und dieser Effekt, so, ja nice, machst du rein. Und dann machst du es halt einmal, ja, und dann ist das natürlich auch nicht interessanter. Oder zum Beispiel, was ich halt gerade auch überlegt habe, ob man mit Kanalpunkten, äh, irgendwie Sachen umstellen kann, oder so. Mag ja, das ist vielleicht eine Woche witzig und dann halt auch nicht mehr so, weißt du? Aber ich habe das auf nächstes Level gehoben, äh, für fünf Euro darfst du die Kamera wechseln. Ne, kannst du nicht, aber, äh, wäre schon, wäre schon fetzig, dann wird das, dann wäre das auf jeden Fall schon mal lustig. Das ist halt auch super schwierig, also, gerade was so, so Gimmicks und sowas angeht, also viele Menschen haben ja, aber ja Gimmicks, da musst du halt echt, äh, ganz schön on top sein, dass du immer, äh, ganz, ganz krasse Gimmicks hast, so. Also was so die Gimmicks angeht, bin ich, bin ich so der Meinung, dass sich die meisten Sachen auch einfach tot sehen oder tot spielen, also, die, die finde ich, die sind witzig, klar, keine Frage, aber, ob, ob es jetzt egal, ob es Lichtsteuerung, Kamerasteuerung, dies, das oder so, weil da ist, ähm, wenn du das ein paar Mal halt angewendet hast, so, dann, ja, okay, es ist halt immer das Gleiche, so, und als Effekt finde ich das cool, aber wenn man es dann immer benutzen kann, dann ist es halt so, ja, okay. Mach doch eine Konfetti-Kanone, das möchte mein Chat bei mir auch. Also, sie haben es schon öfter vorgeschlagen und ich habe immer gesagt, nein. Ja, bei Sascha kam das gut an, also, Sascha hat ja auch mal so einen Konfetti-Zünder gemacht, so. Ja, bei dem, na gut, bei dem ist das auch ein ganz anderes Level, da ist ja DJ und, äh, da geht schon einiges, also, das ist schon so ein anderer Jam. Übrigens, Elgato-Cam, ganz, äh, fetzig, muss ich sagen, äh, also, ich muss wirklich gestehen, natürlich ist es ein 200-Euro-Gerät, ne, aber wenn du danach auf deine große umschaltest, dann denkst du immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also, wei, au, wei, au, aaaah, und man hat schon so viel Licht, man hat schon wirklich viel Licht an. Also, ich habe für meine Verhältnisse schon viel Licht an, dass das hier, also, ich habe jetzt ISO 200 und bin sogar 0,3 überbelichtet. Und ich denke mir halt immer so, uff, und dann machst du das da an, für ein normales, gutes Bild, 1100er ISO. Das Ding ist halt, das ist aber auch nur so ein Sensor, ne, das darf man halt immer nicht vergessen. So ein Sensor ist das. Und der ist dann auch schon, schon deutlich größer als von diversen anderen Webcams. Ja, ja, das kommt dazu. Und dann stellst du das Ding so ein und denkst dir so, boah, Mager, was ist das denn, Junge? Und dann, dann kommst du halt wieder zu dem Punkt zurück, wo du feststellst, so haben wir früher alle angefangen. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für 200 Mark ist das echt nicht schlecht. Also, auch die Einstellmöglichkeiten, äh, die Einstellmöglichkeiten, die du hast, und, äh, dass du das auf dem Gerät speichern kannst, finde ich auf jeden Fall echt nicht schlecht. Das hatte leider noch einen Bug, äh, das mit dem auf dem Gerät speichern. Also, bei mir wurde die, ähm, ähm, also die ISO, äh, hat sich, hat sich nicht verstellt und mit einem Update, das gestern kam, wurde dann die, äh, Verschlusszeit. Ja, bei mir alles. Wie die, bei mir, bei mir, bei mir ging es nur um die Verschlusszeit. Da hat sich alles gemerkt, alles top, ne, so wie es sein sollte, aber die Verschlusszeit, die, die wurde immer verstellt und seit heute geht's. Also, bei mir hat sich seit dem Update alles wieder verstanden. Ich musste heute die Kamera neu einstellen. Also, da wird alles auf Factory resettet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also, für 200 Euro ist das die beste, und das sag ich jetzt nicht, weil ich von Algarde gesponsert bin, sondern das ist die beste Webcam, die du für 200 Euro kriegen kannst. Also, du wirst keine, du wirst keine Webcam kriegen, die du, A, so umfassend einstellen kannst und das da drauf speichern kannst. Das stimmt. Und, äh, du wirst noch keine, also, du wirst wirklich Schwierigkeiten haben, eine zu finden mit so, A, großem Sensor und gutem Sensor und B, also, ich sag mal, Tageslicht, wo normale Menschen unterwegs sind, glaube ich, wirst du kaum auch eine finden, die so ein gutes Bild macht. Also, bei gutem Licht. Ja, der, äh, YouTube-Channel Hardware, äh, wie nennen die sich, Canucks, also, Hardware-Canadier, keine Ahnung, Canucks, ja, die haben so ein paar Camps gegenüberstellt, die Elgato gegen, also, es gibt, es gibt ja so drei in dieser Preisklasse, das ist eine Avermedia 513, die, ähm, Elgato Facecam und die, ähm, Razer Kio Pro, also die, die ohne dieses Ringlight auskommt, ne, die neuere. Ja. So, und, ähm, von meinem Dafürhalten, die Avermedia macht schon einen ganz guten Job, aber die hat gegen die beiden keine Chance und die Razer Kio, ähm, Pro und die Elgato Facecam, das ist dann so ein bisschen Geschmackssache, wie man auf die Farbdarstellung steht, also, die sind so irgendwo in derselben Liga, so, Pi mal Auge, so, die kann man sich da auf jeden Fall angucken. So, und die Nase vorn hat dann für mich die Elgato bei den Einstellungen, das ist die einzige Kamera, bei der man die ISO einstellen kann, also, Webcam, USB-Webcam, und du kannst die Daten direkt auf der Kamera speichern, das ist eine Menge wert, für alle von uns, die schon mal den Hass bekommen haben, wegen Logitech-Software, äh, den weiß ich, werde ich jedes Mal wieder neu einstellen, so, ja, das, das ist halt Gold wert, ne, und, also, und, und fucking fassbar, ja, und der Rest ist halt dann auch ein bisschen Geschmackssache, ganz klar. Aber ja, ich finde, also, ich mag die auch gerne, ich habe die jetzt bei mir im Setup erstmal drin, äh, bleibt wahrscheinlich auch drin, ähm, schauen wir mal, wie, ähm, ich das Setup die nächste Zeit nochmal aufbaue, weil es kann sein, eventuell, dass ich noch umziehe, vielleicht, dieses Jahr, oder Anfang nächstes Jahr, und deshalb habe ich auch nicht so das größte Interesse jetzt hier, mich noch mit dem Ausbau auseinanderzusetzen, so einer bin ich. Aber ja, also, für, für, äh, für, für 200 Mark ist das schon, schon gut. Ich finde, das ist ein gutes Bindeglied, also ja, das klingt immer nach Werbung, ne, es ist ein wirklich gutes Bindeglied, du kannst dir halt eine Logitech C920 kaufen, wenn du die günstig geschossen hast, vor ein paar Monaten, oder vor ein paar Jahren, dann hat die dich, bei Amazon im Sale, 35 Euro gekostet, also das ist der billigste Preis, den ich selber schon mal für eine Logitech C920 gekriegt habe. Du wirst kotzen wegen der Software, du musst jeden Tag deinen scheiß Weißabgleich noch einstellen, außer du benutzt den Automatikmodus, was du nicht machst, wenn du einen Greenscreen benutzt, und die Kamera ist, wenn sie genug Licht kriegt, nicht schlecht, das ist für den Preis, aber ansonsten, im Vergleich zu anderen Kameras, stinkt die halt ab. USB-Webcam-Markt ist halt total scheiße, es gibt nicht wirklich viele Geräte, es gibt ein paar asiatische Geräte, oder auch im amerikanischen Markt, die so vertrieben werden, unter verschiedenen Namen, auch das wird in dem Video da so ein bisschen beleuchtet, die haben alle so ihre Vor- und Nachteile, und auch so eine gewisse Daseinsberechtigung, aber entweder gibt es die nicht mehr, oder das ist eh nur ein Plagiat gewesen, und die darf gar nicht mehr verkauft werden, oder die haben andere Nachteile, die für dich dann halt überwiegen, weil sie zum Beispiel bei schlechteren Lichtverhältnissen, wenn du viel RGB-Kram benutzt, und mit dich mit buntem Licht beleuchtet, dann macht die Kamera auf einmal ein unfassbar schlechtes Bild, aber bei richtig weißem Licht beispielsweise, siehst du noch ganz okay aus, aber darum geht es gar nicht. So, wenn du den nächsten Step nach oben machen willst, was ist denn dann? Machst du dir eine GoPro hin, bei der du andauernd den HDMI-Shake spielen darfst, damit du keine schwarzen Balken hast, also zumindest ist das bei drei verschiedenen GoPros bei mir, ich weiß, du bist da raus, aber mal angenommen, du hättest das, dann brauchst du aber trotzdem eine Capture-Card, weil du die GoPros ja aus dem Stand nicht einfach so abgreifen kannst. Also ich weiß, nicht mehr. GoPro hatte da auch dieses Tool, mit dem man das direkt wie eine Webcam benutzen kann, das habe ich ausprobiert, als es rauskam und zwei Monate später, nachdem es nochmal ein Update hatte, und das war grausam. Bild-Wiederholraten aus der Hölle und kleines Delay, also fand ich nicht gut. Also ich fand es scheiße, wirklich scheiße. So, dann kannst du dir eine Capture-Karte kaufen, entweder so ein Billig-Stiggy, der völlig okay ist, aber halt eben ein scheiß Bild macht, der macht halt aus einer schönen Linse, egal ob du jetzt einen Camcaller hast oder du hast noch eine Kamera von deinem Vater gefunden oder so, die du abgreifen kannst, die vielleicht dann hoffentlich kein Clean HDMI-Out hat, also die hoffentlich ein Clean HDMI-Out hat, Entschuldigung, aber das kostet ja alles Geld. Und wenn du das mal gegenrechnest, was der Spaß kostet, dann bist du mit den 200 Euro, die die Händler dann, die die Hersteller für diese Kamera haben wollen, denke ich mal, in der Regel sehr gut bedient. Außer, da kommen jetzt wieder so Hardware-Fanatiker rein, wie hier Cracky von Ravioli, die sich dann mal eben irgendwoher, noch so einen alten 1080p, 4K oder was auch immer, Camcorder besorgen, der dann auch einen HDMI-Out hat, aber den muss man ja auch erstmal haben, der muss ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden, keine Ahnung, was diese Dinger brauchen, und du brauchst dann auch wieder eine Capture-Card, also ... Ja, diese, also das ist so, finde ich persönlich, bei Hardware-Geschichten, da gibt's auch ein bisschen etwas zu elitäre Boys, die, also der erste Satz für 200 Euro eine Webcam, Ja, aber kann ich mir auch die SLR kaufen? Ja? Kannst du? Kannst du aber dann auch erstmal nicht dein Alibaba 2,50 Euro HDMI-Stick kaufen, weil Farbdarstellung einfach Bullshit ist und kacki aussieht, und dann legst du halt auch nochmal wieder ein bisschen mehr Geld hin, dann bist du rucki-zucki mal 300, 350. Ja, kann ich auch gebraucht kaufen? Ja, dann kannst du ja auch eine Webcam gebraucht kaufen, das ist einfach so Äpfel mit Birnen vergleichen, also, hä? Am Ende des Tages ist der nächste, der nächste Schritt nach oben, ist halt einfach, nach 200 Euro kommt halt 500, 600 Euro. Neu. Also wirklich neu. Nix mit, nicht mit irgendwie, irgendwelchen Gebrauchdingern, sondern neu. Dann hast du 200 Euro, hast du Elgato mit Einstellmöglichkeiten, sieht gut aus, 60 FPS, und danach kommt 600 Euro. Ja. Ja, oder nimmst dein Handy als Webcam, das geht natürlich auch. Aber ich kann euch, also, ich sag euch ganz ehrlich, so wie es ist, sobald du einmal dein Kameragame geupsteppt hast, gehst du nie wieder zurück. und du wirst nie wieder, nie wieder, keine einzige Kamera nehmen, die nicht so aussieht. Also, ganz ehrlich, für mich, für mich ist es ein Graus, mir das Elgato-Bild anzugucken und objektiv zu bleiben und zu sagen, das ist noch okay. Weil, wenn ich das sehe und in das andere umschalte, denke ich mir so, boah, das ist aber jetzt schwierig. Das ist wirklich schwierig jetzt. Also, das, na ja. Am Ende des Tages ist es halt eine USB-Webcam, die 1080p60 gut kann. Fertig. Genau. Das ist kein Bild von einer Systemkamera. So, und weil die Frage gerade bei mir aufkommt, taugen die Systemkameras nichts, die mit Objektiven dazukommen. Das ist ja dann noch das Nächste. Du kaufst ja dann nicht nur die Kamera, sondern dann merkst du ja auch so, hm, das Bild bei dem sieht aber besser aus. Ach so, der hat ein anderes Objektiv. Dann kaufst du dir noch ein scheiß Objektiv dazu. Also, das kommt ja auch noch on top. Also, ja, jeder Schritt bringt dir halt irgendwas oder manche Schritte sind vielleicht auch übertrieben und braucht man nicht. Also, wenn die Frage lautet, brauche ich eine gescheite Kamera zum Streamen, lautet die Antwort, nein, mach doch einfach erstmal. Nimm das, was du hast. Ob du jetzt ein altes Handy hast und gehst da mit der Cam rein und du stellst die Kleinen da, scheiß drauf, dann mach das halt. Aber wenn die Frage lautet, ich will an der Qualität drehen, dann ist das ungefähr so der Schritt. Du kannst dir eine billige Cam kaufen, die hat ganz viele Nachteile, aber sie funktioniert. Und sie hat nicht viel Geld gekostet. Du kannst auf eine 200 Euro Webcam gehen, wo viele sagen, und das verstehe ich mittlerweile auch, 200 Euro ist mir für eine USB Webcam einfach zu viel Geld. Dann kaufe ich mir lieber das dann nächster drüberliegend, aber dann bist du, was dir sie gerade schon sagte, dann bist du halt locker, wenn du Glück hast mit gebraucht, bei 400, 500 Euro oder Neubann bei 500 Euro so um den Dreh rum. Und dann hast du noch kein Objektiv. Also der absolute Preisbanger. Und das ist für mich einfach wirklich der absolute Preisbanger, wenn man das machen möchte. Sony A6000, Sigma, 16mm 1.4 für 300 Flöten, die andere, die Kamera für 500 Flöten, Elgato Cam Link, wenn man Elgato Produkte mag oder was auch immer, was auch immer für ein Produkt, Akkudummy für 25 Euro und dann Abfahrt. Das, also das, das ist aktuell der günstigste, günstigste große Banger, den du kaufen kannst. Neu. Neu. Neu, ne? Also. Und dann bist du bei, ja mach du, Entschuldigung. Ne, und dann, ich wollte nur einwerfen und du wirst immer Spezialisten finden, die dann sagen, ja, aber ich habe mir genau diesen Camcorder nach drei Jahren Recherche gesucht und den habe ich gebraucht bei Ebay für 150 Euro, gekauft, plus diese Capture Card und ich fahre mit unter 200 raus. Ja, das ist aber nicht neu. Ne. Also wir reden von neu und Panasonic würde ich mir zum Beispiel nicht kaufen, weil Panasonic hat keinen Autofokus. Ich weiß nicht, das ist ja dann, Moment, 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 Moment. Das ist ja dann wiederum, das ist ja dann wiederum eine Option. Wir haben jetzt nur über Bildqualität gesprochen, wir haben nicht über Autofokus geredet. Nein, nein, nein. Du gehst davon aus, dass man das, ja, das ist ja klar, natürlich ist Autofokus wichtig, Digga. Autofokus ist mir so wichtig, ich kann hier problemlos was in die Cam halten, das fokussiert, ich gehe raus, es ist wieder weg, ich gehe rein, dies, das. Sony macht da einen fantastischen Job. Ich habe keine Ahnung, ob die anderen Hersteller das können und ich gucke mich auch nicht um und ich werde meine Kamera auf keinen Fall upgraden oder ändern oder sowas, weil ich bin damit super zufrieden. Was den Autofokus jetzt angeht, ja? Ich meine, hier, guck dir das mal an. Kannst du dich noch an die Zeiten mit der Logitech-Webcam erinnern? Äh, Leute, warte, ja, Fokus kommt gleich, Fokus kommt gleich. Ja, und am besten noch sowas hinter die Hand legen. Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch manchmal, äh, das bei mir, da muss ich was hinterlegen, weil ich das so nah ran halten will. Also hier sowas zum Beispiel. Dann geht das natürlich nicht, weil die, äh, das hat ja auch Mindestwert. Siehst du? Aber mein, also jetzt geht's, aber ich habe meinen Fokus auf der auch ein bisschen langsamer eingestellt, weil ich mag diesen Snappy nicht. Oh. Ich habe auch nicht den langsamsten drin. Es gibt, also bei meiner Sony gibt es drei Werte und ich habe den mittleren. Es ist halt, also gerade was, was diese, äh, was diese Gespräche immer angeht. Natürlich kannst du gebraucht immer alles kaufen. Du kannst dir dies zusammen jodeln und das zusammen jodeln. Äh, aber wenn man, äh, was vergleichen möchte, kannst du halt nicht Äpfel und Birnen vergleichen. Also wenn du dir für 200 Latschen eine neue Elgato kaufst, dann musst du das auch vergleichen mit neuen Produkten. Und nicht mit, da habe ich gebraucht, irgendwo gezogen. Und ganz ehrlich, ich muss, ich muss auch, ich sage es euch so, wie es ist, ich würde mir da jetzt auch nicht unbedingt eine Canon 450D hinhängen für, äh, 350 Euro mit Standardobjektiv, weil es sieht am Ende auch nicht besser aus. Es sieht am Ende auch nicht besser aus. Es ist nicht Worth. Ist es nicht. Es ist definitiv nicht Worth. Dann würde ich mir lieber was anderes kaufen als, äh, 35 Euro Softboxen von, von, äh, von Amazon, was viele machen, was funktioniert, ist okay, aber das, wenn du was rausholen möchtest, am Ende greifst du bei Kamera in eine Tash. Du kau- also erstens greifst du in eine Tash, weil du vor dir nicht einfach die, äh, warte, die fucking Sonne aus der Unterwelt haben willst, so wie das jetzt hier, weil deine Augen einfach irgendwann noch keinen Bock mehr haben. Dafür bezahlst du Geld, dann bezahlst du Geld für einen Autofokus und dann bezahlst du einfach mal, äh, Geld dafür, dass du Bequemlichkeit hast und zwar einmal einstellen und danach hast du für immer deine Ruhe. So. Und das sind Dinge, die vergessen viele Menschen immer und wenn das dein Hobby ist, ist das vollkommen legitim zu sagen, ey, ich muss auf mein Geld achten, das ist für mich nicht drinne und ich gucke nach Gebrauchten und ich mache dies, das und Ananas. Ich kann diese Menschen aber nicht mehr hören. Also zum Beispiel auch bei der Elgato-Camp, das erste, was ich gehört habe, äh, da kriege ich ja bei Ebay noch was anderes. Naga, was ist denn mit dir? Wirklich? Was, was ist los? Na klar. Sorry, ey, ist cool, ist schön, wir reden aber von neu, Äpfel und Beeren. Hm, ja. Also Sparfuchs sein ist wirklich gut, nur in diesen Gesprächen ist schwierig, habe ich so oft das Gefühl. Das ging mir auch so, das hat mich am Anfang auch sehr getriggert, aber wie gesagt, ist eh hinfällig. Okay, okay, okay. Herr Dissingen, wir sind schon wieder bei den zwei Stunden angekommen und ich finde, das wäre jetzt die perfekte Situation, noch einmal ganz kurz über deine Pläne mit dem Optikgrill zu sprechen, bevor wir hier in das Outro wechseln, welches wir gar nicht haben. Was meinst du für heute? Ich glaube, heute esse ich nur noch einen Joghurt, Jim. Okay, was steht denn als nächstes auf deinem Optikgrill? Was liegt denn als nächstes auf deinem Optikgrill? Ehrlich gesagt, bin ich gerade so in dem Rap-Game dabei. Ich baue gerade Raps und versuche Kombinationen zu finden, die ich sehr, sehr lecker finde und ich glaube, diese Woche möchte ich nicht mehr in der Küche stehen, weil ich habe gestern gebacken, heute stand ich in der Küche und letzte Woche auch irgendwie gefühlt, viel mache. Ich glaube, ich möchte jetzt nicht mehr kochen die Woche. Also, wenn, dann nur für mich. Okay. Okay. Ja. Und du? Also, auf dem Optikgrill, das Letzte, was ich auf dem Optikgrill zubereitet habe, war auch ein Sandwich. Das war auch nicht im Stream oder so. Ganz, ganz simpel. Also Sandwich in Anführungszeichen. Einfach nur zwei Scheiben Toast, ein bisschen, ich glaube, was waren da drauf? Zwiebeln, ganz fein geschnittene Tomaten, also wirklich so ganz, ganz kleine Würfelchen, Thunfisch, ein bisschen Mayo, ein bisschen Knoblauch und Käse, Cheddar. Und dann einfach nur das zweite Ding drauf, draufgepackt, gepackt so. Und dann, ich mag das bei diesen, bei diesen Optikgrill, die von den Einstellungen her so, dass es darf, also der Toast darf nicht so steinhart werden. Also ich lasse es dann nicht ewig lange drauf, aber der Käse muss schmilzen und das Ganze drin muss natürlich warm sein. Also da habe ich so eine ganz bestimmte Vorstellung, wie das auszusehen hat. Da guckst du mal kurz nach, dann machst du wieder zu. Das war wirklich, das war super geil. Aber ich glaube, das ist jetzt so zum Abnehmen, glaube ich, nicht so das Beste, wenn das so Gewichtsreduktion das Ziel sein sollte. Mach ich auch. Ja, wegen jetzt Toastbrot und so meine ich, ne? Wieso kannst du Dinkel nehmen? Ja, das mag ich nicht so gerne. Man, Dinkel, Dinkel ist Game Changer. Ja, Dinkel Brot esse ich, aber Dinkel Toast. Dinkel ist Game Changer. Auf dem, auf dem Dings ist Game Changer. Mach ich es dir. Ähm, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Also Burger wird mal wieder Zeit. Ja, Burger, ich habe alles, ich habe Fischstäbchen Burger gemacht. Ich habe, ich hatte noch ein paar Fischstäbchen in meinem Tiefkühler. Ich habe Fischstäbchen auf den Optikgrill gepackt. Die werden zugegebenermaßen schon sehr platt. Ja. Aber sie werden, also, ne? Tiefkühlfunktionen benutzen und dann, die werden, die sind schön gleichmäßig, die verbrennen auch nicht, die sind innen auch nicht irgendwie roh oder so. Die werden ein bisschen platter und dann habe ich einen Burger gemacht mit, habe ich auch im Stream gemacht, mit Fischstäbchen, mit Remoulade, mit, 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 auch mit Tomaten. Super lecker. Kannst du das kurz am Laufen halten? Ich mache mir gleich in die Hose. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch. Quatsch, aufs Klo. Ich pisse mich gleich in die Hose. Okay, bis gleich. Erzähl einfach von deinem Burger. Ich schicke gleich. Also, der Chat hat ja schon so einiges mitbekommen, was ich hier auf meinem Optikgrill draufgeschmissen habe. Wir haben am Anfang sehr, sehr, sehr viel damit gegrillt. Jetzt aktuell bin ich mehr außerhalb des Streams auf meinem Optikgrill unterwegs. Und ja, die letzten, also ich hatte speziell im ersten Jahr sehr viel mit dem Optikgrill gegrillt. Und aktuell mache ich das nicht ganz so viel. Das liegt aber auch daran, dass wir aktuell, dass wir hier aktuell zu zweit gerade recht viel kochen, HelloFresh und auch andere Sachen machen. Und das ist gar kein Diss gegenüber dem Opti, sondern einfach nur, es hat sich jetzt ein paar Mal einfach nicht ergeben. Aber das, was Dissi vorhin meinte, dass man also super einfach mal eben so ein Stück Fleisch gut zubereiten kann, das stimmt. Das ist einfach lecker. Das ist einfach supergeil. Ja, und was so Burger angeht, ich habe am Anfang meine ersten Burger, die sahen echt so aus wie, ja, ich versuche mich mal am Kochen, ne? So, man packt dies da rein, man packt das da rein und am Ende sieht der Burger halt so aus wie so ein liebloses Stück aus irgendeiner ekelhaften Frittenbude, wo du für so einen Burger 2,50 bezahlst, ne? Aber wenn man sich so ein bisschen Mühe gibt und so die einzelnen Komponenten ein bisschen zubereitet und nicht einfach nur so es gegeben nimmt und irgendwie so eine, so eine, so eine Scheibe, keine Ahnung, Shedder, Käse, wenn man noch vorher noch so dieses Plastikding abziehen muss, diese Toastscheibendinger, ne? Die habe ich noch nie gemocht. Wenn man, wenn man, wenn man so einen Step weitergeht und den Käse als Block kauft, ein bisschen raspelt, das noch so klein schneidet und vielleicht dann am Ende noch sich so, keine Ahnung, so ein kleines Rührei, äh, nicht Rührei, so ein kleines Spiegelei fertig macht und das noch dann so da drüber lenkt, ne? Dann sieht ein Burger automatisch mega geil aus und du, du hast bei jedem, bei jedem Ding, wenn du das, also jedes Mal, wenn du so einen Burger zusammenbaust, lernst du ein bisschen was dazu und erlebst du das Neues und also so, du kannst so unfassbar viel mit Burgern ausprobieren, kann das nur jemand ans Herz legen. Einfach ausprobieren, einfach machen, einfach tun. Sehr lecker. Und ich freue mich auf meinen nächsten Burger. merke ich gerade. Cool. Schön für die Ausführung, danke. Ja, vielleicht muss ich mir morgen Hackfleisch kaufen. Ja, oder, oder ein Fleischwolf und ich muss mir leckeres Filet, Mignon, keine Ahnung, was herstellen, ich weiß es doch nicht. Ey Alex, ohne Scheiß, believe me, steppe dein Fleischgame ab und dann sagst du, danke Dizzy. Und dann gehst du, machst du einfach weniger Fleisch, mehr vegetarisch und steppst einfach dein Fleischgame ab und glaub mir, Rudi, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, nehmen wir uns in den Arm und dann klopfst du mir auf die Schulter und sagst, danke Nils, war eine gute Entscheidung. Echt, wenn wir uns das nächste Mal sehen und wir uns umarmen, dann sage ich, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Entschuldigung, danke für das Kompliment. Warum bist du nicht mehr so fett, Fetty? Warum siehst du so sportlich aus? Auf der Gamescom so, sag mal, ist das Dizzy? Ey, Fetty! Ja, Jim? Ich glaube, das letzte Mal sind wir uns auf einer Dreamhack über den Weg gelaufen. Ich glaube, da gab es auch noch einen Klaus. Glaube ich. Ach so, ja, genau. Aber ist jetzt egal. Ja. Machst du zwei Burger für 85 Euro? Ja, passt auf, das Ding ist aber, das Ding ist aber auch, Moment, 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 ist es nicht egal, was? Bitte, was? Es waren sechs. Sechs Burger, okay. Am Ende des Tages ist es in Anführungszeichen egal, dass du dir für, ich sage jetzt mal, 40 Euro Fleisch kaufst und du machst nur zwei Burger daraus, aber wenn diese Burger dann halt eben auf diesem Niveau sind, wo du dir denkst, Digga, mich hat dieser eine Burger mit allen Komponenten irgendwie 20 Euro oder 25 Euro gekostet, ich würde es wieder machen, dann hat es sich doch gelohnt. Das ist ja nicht was, was du jeden Tag machst oder so. Ich würde mir jetzt auch nicht irgendwie so ein Wagyu-Steak holen und das dann durch den Fleischwolf, ich glaube, wenn ich so ein richtiges Premium-Stück Fleisch hätte und ich ballere das durch den Fleischwolf, dann muss ich weinen. Dann muss ich die Kamera ausmachen. Das meine ich nicht mal. Das ist halt einfach wirklich, das ist schon sehr, sehr Genuss. Das ist mehr für die Leute, die wirklich einen Kohlegrill zelebrieren. Aber ich meine mal wirklich, geh mal zu einem lokalen Fleischer, wo du weißt, dass der seinen Shit herkriegt und dann holst du dir da dein Fleisch. Das mache ich ja hier sowieso schon. Also im Supermarkt hole ich mir super ungernes Fleisch. Das ist immer nur, also meine Einkaufssituation ist wie bei vielen vom Dorf, wenn ich in die nächste größere Stadt fahre und dann kaufst du beim Supermarkt ein, alles cool und dann nimmst du schon mal hier ein bisschen Hähnchen mit oder da ein bisschen was mit und so. Ist immer doof, weil ich weiß genau, wie sehr das Fleisch einläuft und genau natürlich dann auch das Hackfleisch, da hast du vorher so ein Stück, so ein Patty, beispielsweise in der Pfanne und später ist es dann halt deutlich geschrumpft. 30, 40 Prozent easy. Besseres Fleisch, weniger Wasser drin, schrumpft nicht so stark. Geil, hält so ein bisschen die Form, anderer Geschmack, es schmeckt einfach, also mir schmeckt es besser. Da kann man sich jetzt drüber streiten, wenn man jetzt nur den anderen Geschmack gewohnt ist seit Kindheit, dann schmeckt dir besseres Fleisch halt auch nicht gut, das ist auch klar. Aber anderes Thema, ich habe hier einen Fleischer, der schreibt immer auf so verschiedenen Tafeln von welchen Höfen welches Fleisch kommt und der hat auch nicht immer Hühnerfleisch und Pute da. Wenn das abverkauft ist, der hat nicht viel, also dann ist das weg, dann musst du vorbestellen oder warten. So und am Anfang fand ich das total scheiße, aber wenn die Qualität dafür stimmt und die nicht übertrieben teuer sind, klar, dann weiß ich das, dann muss ich halt bewusster einkaufen gehen und auch, wie du schon gesagt hast, ich esse seit einiger Zeit deutlich weniger Fleisch. Punkt. Wertfreie Aussage. Ich mag mittlerweile super gerne Dinge aus, also ich probiere sowieso immer schon sehr gerne viele Sachen aus, aber in den letzten Monaten habe ich so viele verschiedene leckere neue Sachen ausprobiert, die hätte ich früher nicht in den Mund genommen. Ultrageil. Und das ist mir dann auch egal. Wir haben letztens ein veganes Ding probiert mit veganem Hackfleisch, da haben wir so ein veganes Schottbullar gemacht, war auch so eine Hallo Frischbox. Kann man sich jetzt so überstreiten, das wurde halt mit so einer Pilzsoße gemacht und Pilze sind halt nicht so mein Fall. Und dann haben wir so gesagt, wir könnten eigentlich die Pilze beim nächsten Mal einfach pürieren. Das müsste das Problem ja dann beheben, weil den Geschmack von Pilzen mag ich ja, nur halt eben nicht diese Konsistenz im Mund und dieses drauf rumkauen. Ich mag dieses Maus viel nicht. Aber das ganze Gericht war es halt nicht. Egal, das nächste vegane Ding war lecker. Muss man ausprobieren. Ich experimentiere auch super viel rum. Also ich bin nicht vegetarisch vegetarisch oder militant irgendwie was in die Richtung. Aber ich hab wirklich, es gibt für mich kein Supermarktfleisch mehr. Gibt's für mich nicht mehr. Wenn ich nicht zum Fleischer komme und mir Fleisch holen, gibt's kein Fleisch, wenn ich das möchte, dann muss ich mir auch die Mühe machen und mir dann vernünftiges holen. Fertig. Und ich, wie gesagt, ich rede jetzt nicht von Don Carne, so wie gesagt, Don Carne Premium Fleischhersteller ist einfach, das ist so ein Game, da musst du, also da musst du wirklich mit deinen Freunden, musst du das wirklich zelebrieren. Also da musst du wirklich am Grill stehen, du musst das fühlen. Also ich sag's so, wie es ist, ich würde mir für 80 Euro wieder Fleisch wolfen, weil das war das beste Hackfleisch, was ich auf meinem, also wirklich das beste fucking Patty, was ich je gegessen hab. Das war so saftig und so lecker. Das war's mir absolut wert, aber das mach ich vielleicht einmal alle zwei Monate oder so, wenn überhaupt. Aber es war für... Ähm, ich hab mir Chicken Nuggies gemacht, auch von unserem Fleischer. Die hatten frisches Hähnchenfleisch da, so Hähnchenbrust und das waren dann auch nicht, wenn du in den Supermarkt gehst und holst dir so Hähnchenbrust, dann sind das manchmal solche unfassbar großen Fleischteile, ne? Ja. Und ich, also ich weiß, wie ein Hähnchen aussieht und dann denk ich mir so, wo passt ein normales Hähnchen denn so viel Fleisch dran? Ja. Das muss ja so ein hochgezüchtetes Megavieh halt irgendwie so sein, ne? So ein Ultraklotz halt irgendwie. So, und das war halt nicht so groß und dann hab ich, und ursprünglich wollte ich was völlig anderes damit machen und dann ist mir so einfach nur in den Kopf gekommen, so, ja, die panierst du jetzt einfach mit ein bisschen Panade und machst da dann noch so eine, von einer dir bekannten Gewürzmischung. Du kannst das ruhig sagen, Alex, komm mal rein, Ackerkraut. Ja, kennst du vielleicht Flügelstürmer? Das ist so eine Geschmacksmischung, die sie für Dian gemacht haben, diesen FIFA-Streamer. Und dann einfach nur ein bisschen darin wälzen, kleine Bytes halt, so ganz kleine Nugget, halt eben klein schneiden, darin wälzen und dann einfach nur ganz kurz einmal in Öl frittieren, dass es so richtig schön noch saftig innen ist, aber natürlich durch, ne? Alter, das war so geil. Also da kann kein, kein, keine Nugget-Hersteller dieser Welt können da mithalten. Saftige, kleine, super leckere Dinger, aber eben auch nicht so übersättigt, weil du dieses Rub nicht komplett benutzt, sondern, sondern halt eben dann auch mit der Panade streckst, noch ein bisschen Salz mit rein, ein bisschen Pfeffer. Ich hab letztens... Brauchst du nicht mal irgendeine Soße, so geil war das. Ich hab, also ich, ich sag so, wie es ist, ne? Siebenthaler Ferse, falls du das irgendwann mal kriegst, Opti-Grill, das hat für mich alles geändert. Alles. Wirklich komplett, nach dem Stück Fleisch hab ich gesagt, nie wieder, aber wirklich nie wieder aus dem Supermarkt irgendetwas. Da verzichte ich lieber darauf, dass ich mir das einmal im Monat, ohne, also wirklich ohne Gewürze, ohne alles, einfach so rein und dann ein Segen. Okay. Also falls du das mal kannst, äh, Alex, wirklich, probier es mal aus. Siebenthaler Ferse. Siebenthaler Ferse. Ja. Das ist für mich das geilste Stück Fleisch, was ich je in meinem Leben gegessen hab. Und das ist nicht mal unbedingt sehr, sehr teuer. Ich seh's gerade schon, ja. Filet. Siebenthaler Ferse, Filet, Mager. Könnt ihr, könnt ihr einmal. Siebenthaler Ferse, Rib-Eye-Steak, kostet das Kilo 50 Tacken. Ja. Ist schon, na. Nimm mal, also nimm mal Filet. Filet sollte, glaube ich, 40 Euro sein oder so ungefähr. Oder Kilo. Filet Spitzen, ja, 55, ja, ja. Könnt ihr einmal. Kannst ja auch einfrieren. Das ist ja, könnt ihr mal. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mir so Fleisch bestellen würde, das würde ich nicht einfrieren. Das würde ich dann auch, wie du schon sagtest, für so ein Happening oder für so ein Event oder für Besuch mal holen und dann, ja. Also ich habe meins letztens eingefroren und was wir jetzt gemacht haben für, für das Hack, das war gut. Probier mal. Also, wie gesagt, ich will dir ja kein Flo ins Ohr setzen, wenn du irgendwann mal Bock hast oder das irgendwie gerade fühlst, weil bei dir der Chat gesagt hat, weißt du, Jim, ich gönne dir einfach mal zum September die 20% oft von gifteten Subs, gönn dir einfach mal ein Stück Simthaler Ferse, macht das mal gemeinsam mit uns zusammen auf dem Opti-Grill im Kochstream, das würden wir feiern, dann Attacke. Okay, ich muss jetzt eben kurz mein Sub-Goal wieder rausnehmen, Thermomix durchstreichen. Thermomix, Simthaler Ferse. Schön. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Jetzt sind wir super drüber. Entschuldigung. Wir sind super drüber. Also ich mach jetzt einfach mal den Ausstieg. Das war wieder, wir haben heute echt viel über Essen geredet und Kochen und so weiter. Finde ich sehr gut. Ich würde gerne mal bei dir essen, ehrlich gesagt. Warum? Egal, ob es jetzt fleischig ist oder nicht. Ja, das hört sich so lecker an. Was ich bisher von dir gesehen habe, sieht auch sehr gut aus. ne? Wie gesagt, das Opti-Grill-Game habe ich durchgespielt. Habe ich, ohne Scheiß, Stay kam heute an und hat mir irgendwas von seinen komischen Burgern erzählt, was er in seinen Burger-Buden irgendwo und so macht man das. Ich so, halt mal sappeln, lass mich mal machen. Also wenn ich eins kann, ich habe das Opti-Grill-Game habe ich durchgespielt. Habe ich. Wenn du, während wir uns sehen, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Episode Hardcast gemeinsam in einer Küche. In deiner oder in meiner. Und dann machst du und ich eins und dann gucken wir, wer Opti-Grill-Meister ist. Aber ich, wir können gerne essen. Würde mich sehr freuen. Das klingt sehr interessant, ja. Hast du, hast du meinen Spargel-Burger gesehen? Ich glaube. Jetzt schon ein bisschen her, ne? Okay, Leute, es war mir eine Freude. Das klingt sehr gut und bevor deine Katze dir jetzt gleich direkt ins Gesicht springt, verabschiede ich mich hier. Falls ihr uns auf den Podcast-Folgen Station hören solltet, danke und bis zum nächsten Mal. Dankeschön an Ref, der ist gerade gar nicht da. Der nimmt das einfach so auf und schiebt das dann später da hoch. Wir sehen uns nächste Woche wieder, Fragezeichen? Ausrufezeichen? Ausrufezeichen, okay. Mit was für ein Thema wissen wir noch nicht, keine Ahnung. Wir sind, glaube ich, eine ganze Woche offen für Feedback. Absolut. Ja, also, vielleicht gibt es ja so ein Thema, was ihr euch gerne mal wünscht oder so. Wir machen nächste Woche User-Interaktion extrem. Wir nehmen nur Themen, Fragen, Dinge, Bedenklichkeiten aus dem Chat. Oh, das ist eigentlich auch eine geile Idee. Ja. Ob wir da zwei Stunden vollkriegen? Ich kenne so einige Spezialisten, die stellen zwei Fragen und wir reden drei Stunden darüber. Okay, dann machen wir nächste Woche The Extreme User Experience. Ihr dürft euch, wir beantworten nur eure Fragen. Also wirklich, wir reden nicht über unsere Woche und über nichts Geplänkeliges. Wir gehen sofort rein und nur eure Fragen. Also wirklich 3, 2, 1, Start und wir gehen mit der Frage rein. Weil du weißt ganz genau, wenn wir beide anfangen über irgendwas zu reden, was wir die Woche gemacht haben, ist es eine Stunde weg. Easy. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf. Meine Damen und Herren, das hat mich sehr gefreut. Mein Name ist Alex, aber eigentlich heißt es nicht im Internet Chimpanse. Ich bin raus, Herr Dissington hat das letzte Wort, macht's gut und tschüss. Tschaui aus Maui, Dankeschön fürs Zuschauen heute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Reinhören auf den üblichen Podcast-Folgen. Dankeschön an alle YouTube-Zugucker. Bei Alex bestimmt auch bald. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu User Extreme. Zwei Stunden, nur eure Fragen. Geil. Haut rein. Bis dann, dann. Peace out. Tschüss. 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 Tschüss.